Gut, es ist nicht unmöglich, aber ich denke es ist extrem schwierig da durch die Third-Efence durchzubrechen. Sie sind sehr oft zu dritten, spielen dann den Konter und sie machen das extrem gut. Ja und jetzt 2 zu 0, das heisst zwar logischerweise wie jeder Sportart noch nichts, aber ich finde Schokolade extrem um den Ruck nach dem zweiten Spiel, das ist definitiv... Genau, und es ist auch neu für sie, in diesem Line-Up haben sie noch nie grossen Lahm zusammen gespielt, allgemein noch nie so viel gespielt, ja es war wirklich ein klasse Schuss von Rivella, extrem stark, leider knapp drüber über das Goal. Ja, anders als im Fussball geht es halt direkt weiter. Fast 6 zu 1, also Sir, die sind wirklich... Jetzt kommt der Sealing-Shop von Pipifax, das sehen wir gerade, ein super Beispiel, aber Juju hat schon gelesen, wo der hingeht und blockt den sofort ab. Es ist auch extrem schwierig diese Dinge zu blocken. Aber ein Sealing-Shop ist schwer, nach 18 Sekunden... Genau, um einen Sealing-Shop zu blocken, musst du auch wissen wie er geht, das ist halt so wie es läuft. Und jetzt ist der Ball am Boden, Team Sur mit dem 2 zu 0, das geht ja in eine Richtung, die wir nicht so ganz erwartet haben, aber das ist Sport und, ich würde sagen, antraktive Partien wie sie haben. Genau, es ist ein schönes Rocket League, die da gespielt wird. Wir sehen da Pinchacolada an Besprechungen führen, was sie sollten ändern gegen das starke Team Sur. Wir sehen da auch ein Gassi das Goal nochmal. Genau, 3-play, das mal kein 3. Genau, Juju da auch. Wir sehen sehr viele offene Goals für Pinchacolada. Oder sehr viele, wenn jemand da hinten ist. Das lässt mich darauf schliessen, dass sie sehr aggressiv versuchen zu spielen. Und ja, Team Sur kontert das perfekt. Sie spielen hinten raus, sie stehen zu dritten hinten, nehmen den Ball, spielen auf den letzten Kontern. Die Spieler versuchen Druck zu machen, auf den, der den Ball hat. Und dann gehen sie alle zusammen nach vorne und versuchen das Goal irgendwie noch reinbringen gegen den einen Spieler, was ganz viel einfacher macht als Pinchacolada. Und dann versucht ihre Goal irgendwie zu brute-forcen. Ich glaube, sie müssen an ihre Strategie ein bisschen anpassen. Kick-Off zu Partie 3. Erste Entscheiden, wir werden es gerade sehen. Erste Save. Ist jetzt zwar nicht ein Save von der Statistik, wird eingehen. Oh! 1-0, Team Sur. Ja. Hat ein Klär gehabt, aber der RNC kommt von hinten und drückt ihn innen. Ja. Der Juju da wunderbar über die Seite gespielt mit der RNC. Pipifax. Mag nicht ganz hoch. Ja. Es ist halt Schade. Der Gass wäre für den Rebound zuständig gewesen. Aber über einen eigenen Goal, den Ball zu lesen, ist extrem schwierig. Und es ist etwas, das extrem unterschätzt wird auch. Es könnte eben nicht anliegen. Wir sehen, Pipifax versucht hier einen sogenannten Flipp-Reset zu machen. Er hat den Flipp bekommen, aber der Ball nicht mehr geschehen getöpft. Und jetzt ist der Gara wieder vor dem offenen Goal. Kein Boost leider und schafft es nicht, ganz den Ball durchzubringen. Schade. Da sind alle drei gerade auf den Ball. Also die haben natürlich versucht zu verteidigen. Zweitens nachher gewesen. Genau, da ist sicher ein bisschen Panik ein Faktor. Ja. Pin Chocolada darf nichts mehr falsch machen, wenn sie da bleiben wollen. 2 zu 0. Juju bringt den natürlich wieder mal rein. Schön ins offene Goal. Es läuft. Sie können es selber nicht glauben, hast du gesehen. Ja. Alle am Lachen. Team Sur freut sich natürlich. Ist ein bisschen Pech für den Gast, dass der Ball so abspringt als im Auto. Direkt vor der Juju. Aber Juju macht das gut. Er ist schnell. Ja, das ist definitiv nicht das, was Pin Chocolada sich erhofft hat. Nachdem sie da fast ein bisschen überraschend noch einmal zum Handkuss gekommen sind, hier am Finaltag mitspielen, haben natürlich sie auch Hoffnungen gehabt. Du hast mit ihnen gestern auch geredet, oder? Natürlich, ja. Was war so die Stimmung? Die Stimmung war allgemein gehypt, würde ich jetzt sagen. Ja. Es sind alle extrem motiviert gewesen zum Spielen. Und ja, sie sind einfach alle froh, in Wiederswitzelang zu sein. Da jetzt spielen und alles. Aber ja, natürlich ist es halt nicht das Main-Line-Up, das normalerweise zusammenspielt. Und das ist halt schon ein Faktor, der ein bisschen weh tut. Der Kara schafft noch alles. Goal reingedruckt. Er freut sich auch massiv. Und ja, das ist schon das 3-0 für Team Sur jetzt. Unglaublich. Ja, das ist entscheidig. Wahrscheinlich über die Serie. Ich weiss nicht, ob der Pin Chocolada überhaupt noch die Motivation hat. Oder respektive den Willen, um da längst zurückzukommen. Das ist dicke Niederlage nach dem Vorheiligen. 5-1. Natürlich, ja. Ja. Das ist natürlich extrem... Es drückt sie wirklich runter. Wir sehen auch, sie müssen irgendwie ihre Strategie ändern. Das so spontan machen, direkt nach dem Spiel. Das ist extrem schwierig. Team Sur mit einem sehr ausgeliegelten System vorgegangen gegen Pin Chocolada. Wahrscheinlich schon ihre Hausaufgaben gemacht. Replays von Team Pin Chocolada. Ja. Und ich denke, sie haben da sicher eine gute Grundlage, um nachher weiter zu machen. Kannst du uns vielleicht nochmal erzählen, damit auch unsere User verstehen, was da eigentlich ein Aufwand dahinter ist von einem solchen Turnier. Wenn man weiss, Team Sur steht hier das Nächste an. Oder jetzt Pin Chocolada in dem Fall, die du jetzt erklärt hast. Genau. Wird da Strategiesitzung, Replays? Wie viel Zeitaufwand fliesst da rein? Wie viel wird trainiert und wie wird trainiert? Ja. Grundsätzlich. Wir von eParadise Felines machen mehrfach Training pro Woche. Wir schauen uns unsere nächsten Gegner an. Versuchen uns Replays zu besorgen. Und wir spielen auch gegen andere Schweizer Teams. Oder allgemein Teams, die etwa gleich stark sind in privaten Matches. 3-1. Entschuldigung. Wir sehen aber Pin Chocolada schaffen doch noch ein kleines Comeback einleiten. Vielleicht wird es ja doch noch etwas. Und sie könnten vielleicht noch zurückkommen. So ist knapp nicht in, aber Pipifax ist bereit, um den Bounce richtig zu lesen. Und drückt ihn wieder rein. Aber ja, wieder zurück zum Training. In diesen Trainings ist eben, man schaut auch Replays an. Und dann analysiert man, was sie machen, wie sie rotieren. Ob sie schnell aggressiv spielen, ob sie passiv spielen. Und dann versucht man eine Strategie auszuarbeiten, wie man da am besten durchkommt. Wäre es jetzt mit Bumps, mit schnellen Pässe, mit sich Zeit nehmen und Dribblings machen. Es ist wirklich sehr schwierig etwas zu finden. Aber es ist natürlich auch sehr schwierig etwas zu finden, wo es schwierig ist, durchzukommen. Man muss immer genau richtig spielen können. Wir sehen, dass Pin Chocolada fängt ein bisschen schneller zu spielen. Ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Und auch ein bisschen mehr über Light Challenges. Der Pass vom Gas leider nicht ganz zu seinem Team-Mate angebracht. Gara macht wieder ein bisschen Druck. Er hat jetzt leider keinen Buss mehr. Man muss warten. Er sieht, wir sehen wieder. Er versucht hier einen Bump zu machen. Eine Demo vom Juju. Das kommt extrem weg mit den Rotationen von Pin Chocolada. Wir müssen jetzt wieder neu warten, bis der Spieler wieder da ist. Für die 3 Sekunden. Genau. Sonst hast du nur eine Anspielstation. Und das kann wirklich tödlich sein. Dann kannst du sofort kontert werden. Ja, ja. Da haben wir es genau, oder? Ja. Der RNC schafft es, das ein bisschen zu exploiten. Wunderbar, wenn er da reingeht. Und dann? Ja. Er haut ihn gerade noch selber rein. Nein, sein eigenes Goal war es. Ja. Ein eigenes Goal auf der Linie geklärt. Oder haben wir nicht. Ein bisschen auf den Weg halt, wie der Ball wieder runterkommt. Der könnte auch genauso gut wieder wegkumpen. Aber ja. Er steht halt ein bisschen neben. Und so kommt er halt den Ball auf sein Auto runter. Und ja, da kann man nicht viel machen. Keit er halt in sein eigenes Goal. 4 zu 1. Also Team Sur kurz vor dem Einzug in die nächste Runde des Finals. Genau. Im Halbfinale. Das würde dann heissen, sie würden gegen My Insanity spielen. My Insanity nochmals eine Stufe besser, habe ich jetzt das Gefühl. Aber wir sehen dann, wie das auf Lahn ist. Ja, natürlich kann man, muss man jetzt auch sagen, Team Sur, oder? Mit der Besetzung, die sie jetzt haben, ist es vielleicht auch eine Überraschung, die sie auftreten. Also es könnte auch My Insanity überraschen. Natürlich, die schauen jetzt zu und machen sich auch Gedanken, oder? Natürlich. Die stehen hinten dran, warten schon, reiben sich schon die Hände, dass sie endlich mal spielen können. Und ja, ich denke auch die haben extrem Lust an, ja, ein wenig etwas holen. Ja, an diesem Punkt noch 1 Minuten Führung, 3 Goals, sehr schwierig. Und da ist es 5-1. Ja, 4 Goals, noch schwieriger. Ich denke, das wäre schon die Entscheidung für Team Sur. Das könnte man glaube so unterschreiben. Genau. Also, im Halbfinale, würde ich jetzt so verschreien. Wenn nicht, soll ich dir das Bier machen. Ja, überraschend. Pitch Colada hier, abgesehen vom ersten Spiel, wirklich chancenlos. Kann man so sagen, oder? Ja, es ist so, sie haben es wirklich ein wenig nachgelassen. Sie haben nicht den richtigen Weg gefunden, um irgendwie durch die Third-Defense durchzukommen. Ja, es ist eben, wie schon erwähnt, der riesige Faktor, dass sie halt nicht mit ihrem richtigen Line-Up spielen können. Ja, es gibt einen kleinen Vorteil, aber ich denke mal, sie haben das auch gut ausgenutzt. Sie haben auch sehr stark gespielt, muss man sagen. Und, ja, wir müssen ihn natürlich nicht gönnen, auch wenn ich etwas Knappes erwartet habe. Man kann es halt nie wissen, was passiert, wenn man mit einem Line-Up rumläuft, welches halt nicht immer zusammenspielt. Wir sehen dann gleich der RNC nochmal wieder eine Chance. Richtiger Boomer ans Backboard, der Juju kommt nicht hin. Aber ja, er ist jetzt alleine hinten, kann ein wenig Spielaufbau machen. Versucht an dem Punkt auch noch ein bisschen den Ball wegzuschiessen, dass das jetzt bald mal fertig ist und sie weiter spielen können. Vielleicht jetzt noch kurz, wir sind jetzt auch auf YouTube live. Das hat etwas gedauert. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle. Fertiges Spiel. 5-1, Sir, im Halbfinale. Und jetzt noch kurz wegen YouTube. Wir sind jetzt auch darauf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich könnte sie auch reinschreiben. Du bist leider nicht ganz bis zum Schluss da, aber bei dieser Pace schaffen wir sicher noch den Halbfinale, bis zum Ende hoffentlich. Ja, locker. Hoffen wir. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie im Stream reinsetzen auf YouTube. Und wir probieren es zu beantworten. Ja, natürlich. Jamie Peyer hat da geschrieben, warum streamt SRF Rocket League. Ja, ganz einfach, weil es ist ein Sport, der aufkam. Die Diskussion, ob es ein Sport ist, wird geführt. Wir sind der Meinung, es ist ein Sport, zusammen mit SRF Digital. Weil, du kannst es am besten beschreiben. Was? Wieso ist es ein Sport? Meiner Meinung nach hat es all die nötigen Faktoren, um ein Sport zu sein. Bei diesem Sport geht es halt darum, wir trainieren zusammen. Wir spielen kompetitiv und wir tun halt einfach zusammen etwas machen. Wie gesagt, es ist grundsätzlich Fussball. Zum Beispiel Schach ist auch ein Sport. Du musst überlegen, du musst schlau sein, du brauchst Feinmotorik vor allem. Und du trainierst halt auch dafür. Du wirst besser progressiv. Es ist nicht etwas, was du annehmen und du bist gut dabei. Absolut. Und es gibt natürlich auch diese physischen Anzeichen. Das sind Tests, die sind gemacht worden, Studien. Man zeigt Reaktionsschnelligkeit. Geneglich im Spitzensport zum Beispiel. Da verlierst du einfach auf das Alter. Wir reden jetzt gegen 30. Extrem an Reaktionszeit. Und das ist ja dann schon wieder das Indiz, dass es ein Sport ist. Man hat es auch mit Hormonen, die ausgeschüttet werden. Adrenalin, ja alles eigentlich. Und schlussendlich sind viele Anzeichen physischer Natur und natürlich auch definitorischer Natur. Ob das unsere User, die normal in den Sport schauen, das so anschauen als Sport oder nicht. Das überlassen wir rein. Wir sagen einfach, SRF ist dabei. Wir zeigen es, wir versuchen es. Wir schauen, ob es Anklang findet und etwas Neues vorstellen. Genau. Das ist doch eine super Sache, würde ich sagen. Genau. Rocket League. Ich sage einfach auch das noch. 60'000 Spieler in der Schweiz. Das ist eine stolze Zahl. Das ist der meistgespielte E-Sport in solchen Ligen. Das ist eine hohe Anzahl, wenn man es sich überlegt. Also aktiv. Das ist eine hohe Nummer. Und wir haben es gesehen. Es geht richtig ab. Und wir sind bereit für den Halbfinale. Können wir da mal den Fokus da drauf lenken? Halbfinale, SR gegen Main Sanity. Schauen wir, was Team Main Sanity anschauen. Genau. Team Main Sanity besteht aus Strowby, Timo und Seles. Alle zusammen sehr liebe Leute aus der Deutschschweiz. Sie spielen schon extrem lange zusammen. Sie haben ein riesiges Team aufgestellt. Sie sind wirklich unter den Top 3. Jedes Mal. Und ich denke, sie werden auch heute eine starke Leistung bringen. gegen Team SR. Obwohl Team SR jetzt wirklich stark aussieht. Ich denke, sie haben auch etwas im Petto gegen Team Main Sanity. Aber Main Sanity haben sich natürlich auch wieder einmal vorbereitet. Sie sind immer am trainieren. Sehr starkes Team wirklich. Und ja, von denen muss man wirklich ein bisschen Angst haben, wenn wir gegen Seles spielen. E-Mars with Masters. Die kennen, die wissen, wie es miteinander geht. Und wir gehen jetzt mal kurz auf die Fragen eingehen, die wir auf YouTube schon bekommen haben. Was war das? Ja, das Viertelfinal quasi vom Finaltag. Oder sagen wir einfach Runde 1. In dem Fall. Genau. Und jetzt kommt der Halbfinale, Viktor. Und wird es wieder mal eSports geben auf SR Sport. Das nehmen wir auch schwer an. Hoffentlich auch mit dir. Aber natürlich möchte ich dir auch gerne, dass du bei der nächsten Season im Finale stehst. Wir würden vielleicht wieder auf den Strowby zurückgreifen. Aber definitiv cool, dass du heute da bist. Und ich glaube, du machst es auch einen coolen Fakt. Und ja. E-Sports auf SRF. Wir hatten FIFA drauf schon. Dieses Jahr. Letztes Jahr. Und vielleicht kommt auch noch mehr. Dort bleibt einfach auf dem Laufen. Ladet euch die Sport-App ab von SRF. Kann ich euch sehr empfehlen. Ihr könnt auch Streams gleich auf dem Telefon schauen. Und ja. 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 Wir sehen es hier gerade nochmal. Match-Highlights. Wirklich sehr starkes Bild von Team SR. Das erste Spiel war noch knapp. Dann hat es richtig aufgedrüllt. Und ja. Wir möchten fast sagen, Pinchacolada hat im Boden gestampft. Und ja. Wirklich sehr, sehr starke Performance von ihnen. Ich bin... Ich habe jetzt fast ein bisschen Angst um My Insanity. Aber ich denke es wird eine sehr interessante Serie werden. Und ich freue mich schon darauf. Natürlich jetzt Pinchacolada... Entschuldigung. Es ist Team SR natürlich jetzt im Hoch. Das kann dir natürlich auch einen... Sag mal jetzt extra Boost geben. Genau. Der ist gerade einen richtigen Lauf. Genau. Der ist ein richtiger Lauf bis zum Schluss. Ist wie im Echtalab. Das ist... Du bist einfach im Hoch. Und die werden es natürlich... Aber auch vielleicht umstellen. Hast du nicht das Gefühl, dass auch sie vielleicht Taktik jetzt umstellt für My Insanity? Genau. Ich denke, sie haben auch da etwas vorbereitet. Aber Team My Insanity... Sie sind auch bekannt dafür, dass sie eben eine sehr starke Taktik haben. Sie spielen sehr gut zusammen vor allem. Und das wird extrem schwierig sein, zu verhindern. Wir haben auch gerade noch mal gesehen, Team schwindelt sich die Hand, umarmt sich. Es ist wirklich... Alles sehr lieb zusammen. Und ja... Sportlich. Es ist einfach wirklich schön zu sehen, auch wie die Spieler sich gegenseitig kennen und mit sich selber umgehen und so. Genau. Und jetzt machen ja auch relativ viel miteinander. Machen Fondi-Ebungen. Machen Partys. Logischerweise Lampartys. Ähm... Privat bei gewissen Leuten zuhause. Et cetera, et cetera. Wir haben noch eine kurze Frage. Und zwar vom Fischi Neni. Äh... Nein. Seven Games steht tatsächlich im Finale. Also die kommen dann noch das Letzte gegen. Entweder eben Sir oder My Insanity. Ähm... Der FCB spielt nicht mit bei Rocket League. Vielleicht in Zukunft. You never know. Die haben ja sein Sportsteam. Aber auf FIFA bezogen. Ähm... Das wäre für den... Ultras gewesen. Ja, und da sehen wir einen kleinen Trailer. Ähm... Wir konzentrieren uns wieder auf anderes. Und zwar schauen wir doch mal ein bisschen... Ähm... Zurück. Die letzten zwei Saisons, muss ich sagen. Da haben wir natürlich den heutigen Finalist, der zuletzt war, der Genf, als Meister. Was hast du zu Ihnen zu sagen? Sind sie ein solches Mass von der DING? Auch weil sie, sagen wir mal, eine grosse Organisation, als ein Fussballklub hinter sich haben. Ja, ich denke, Genf ist definitiv da der Top-Favorit. Sie sind auch international und haben es schon stark zeigen können, was sie können. Aber trotzdem, es gibt auch sehr starke andere Teams. Genf sich auch schon in den letzten zwei Seasons durchsetzen. Ähm... gegen Team Lausanne im Final gestanden und gewonnen. Die Lausanne, die... sind dieses Jahr nicht ganz so gut gewesen, oder? Ja, definitiv. Die sind unter der Tablo-Helfe. Und... ähm... sind aber hier oben geblieben. Die haben sich durchgesetzt gegen Team Sir, das andere Team Sir, oder? Ja, genau. Genau. Und, was wir vielleicht noch sagen können, bisherig, wo geblieben ist dein Team? Ja, genau. E-Paradise Villains, die sind hier oben geblieben. Neu wird in der neuen Saison hier oben sein, Different Esports. Die haben... ähm... Danke mir Vorfähr... Ich sage jetzt... Danke ist ein bisschen blöd, aber... Ja, man muss halt... Genau. Wir sagen nicht nein zu einem Platz in der TCS E-Sports League natürlich. Ja, das ist ja so. Die sind... Die haben den Aufstieg geschafft. Und auch Team Pikachu. Genau. Team Pikachu ist ein... Französisches Team. Also... natürlich französische Schweiz. Ähm... sind sehr stark. Aus dem Nichts auftaucht. Suchen immer noch eine Organisation zum Repräsentieren. Aber ich denke auch, sie haben eine Menge Potential jetzt in der nächsten Season wieder, um zu zeigen, was sie können. Ja, Lausanne natürlich eben nicht so stark zu sein, wie du erwähnt hast. Sie haben eine Menge Lineup-Changes gehabt. Und... Ja, inzwischen sind sie wieder sehr stark jetzt, habe ich das Gefühl. Sie spielen viel mehr zusammen. Und sie werden wirklich immer wieder besser. Und ja, während der Season ist das halt noch am Anfang von ihrem Roster gewesen. Da muss man sich zuerst ein wenig an sich selber gewöhnen und so. Also gegenseitig. Und ja, ich denke, wenn man das auch nicht bekommt, dann kann man wirklich etwas Gutes draus machen. Und ja, ich freue mich schon, gegen sie wieder spielen zu können. Weil... Es ist immer so ein bisschen ausgelichtendes, knappes Matchup gewesen gegen sie. Und ja, ich freue mich auf sie. Top! Jetzt kannst du uns vielleicht noch ein bisschen für dich erzählen, oder? Du... Was machst du im Leben so? Unser Experte? Ich sage es neusten Namen. Es ist der Aron Eckeberger. Äh, Arouli. Wenn man gegen dich spielt in Rocket League. Ja, genau. Was machst du sonst so? Bist du beruflich unterwegs, Student? Äh, ich mache in Aarau und Badet IMS. Ein Informatikmittelschüler. Ähm... Grundsätzlich halt auch einfach einen Informatiker. Und ich spiele halt auch gerne Games. Ich spiele selber Fussball. Äh, im FC Sarmischdorf. Richtiger Fussball. Genau, richtiger Fussball auch noch. Äh, ja, jetzt ist es zum Beispiel bei der Hallentraining. Da sieht man 3 gegen 3. Und da kann man wirklich Rocket League Rotations anwenden. Das bringt sogar etwas, habe ich herausgefunden. Sehr spannend. Ich glaube, äh, ja. Vielleicht schaffst du es ja noch als Trainer oder sogar als Spieler. Durchbruch dort noch, dann... Ja, gerade doppelt. Genau. Nur mit dem Boost musst du ein bisschen schauen, gell? Ja, wirklich. So, äh, sie sind, glaube ich, es parat. Schauen wir doch wieder voll auf den Bildschirm. Ja, das ist gut. Team Sir sieht parat aus. Sie sieht motiviert aus. Ja, die sind im Hoch. Auf der anderen Seite Main Sanity. Schauen wir noch einmal die Spieler an. Von beiden Teams. Wir haben Sileste, Marco Gassmann heisst er. Der Stroby, Stefan Schneider und... Wie heisst du abkürzig? Timo. Timo. Sag ich einfach Timo, oder? Es ist einfach der Timo, natürlich. Timo Inyo wäre es eigentlich. Der Timo Müller. Sie sind aus der Deutschschweiz. Und auf der anderen Seite Team Sir haben wir den Jules Jakobsen. Das ist der RNC. Der Karatsch, der heisst wirklich Karatsch. Der Gianluca Karatsch. Und Juju, das ist Julien Desaroux. Habe ich es richtig gesagt? Genau. Ich hoffe es mal. Meine französische Kenntnisse halten sich manchmal an in Grenzen. Aber ich denke, der Name stimmt soweit. Er ist der Flötenspieler der Liga. Kannst du das noch etwas ausführen? Genau. Wenn man bei irgendeinem Event ist. Juju wird seine Flöten dabei haben. Und er wird etwas spielen. Und alle freuen sich immer, wenn Juju irgendwo dabei ist. Wenn man irgendwo zusammen am Reden ist. In einem Voice Chat. Juju kommt in den Voice Chat, spielt Flöten und geht wieder. Er ist wirklich extrem ein lustiger Typ. Und auch wirklich sehr sympathisch. Um einfach in der Gruppe zu haben. Kannst du vielleicht noch erklären, wie kommunizieren wir? Wo sind ihr unterwegs in der Community? Ja klar. Wir haben einen Community Server. Sogar ein paar. Und ja, da sind wir halt manchmal etwas zusammen am Spielen. Das ist alles mit Discord-Servers. Über Discord kann man Nachrichten schicken. Man kann zusammen sprechen. Und es ist eigentlich grundsätzlich sehr organisiert. Und es ist wirklich auch sehr vielfältig. Um zusammen zu spielen zu können. Man sieht Main Sanity schon voll parat. Timo reibt sich schon die Hände. Strowby legt noch seine Gelenke rein. Und es geht auch schon wieder los. Los geht's! Team Sur gegen Main Sanity. Halbfinale der dritten Season. Von Rocket League. Und man sieht hier den Timo auf der Linie am Warten. Und dann vorne. Die Votation hat schon geklappt. Der Sele ist hinten dran. Und ja. Als Start ist er tatsächlich Team Sur auf dem Frontfoot. Auf dem Vorderfuss. Und da ist es 1-0! Ah! Der JuJu sieht natürlich das offene Goal. Die Votations nicht ganz gestimmt. Bei Main Sanity. Vielleicht Kommunikation. Nicht ganz da gewesen. Und ja. Der JuJu verwertet das. 1-0 für Team Sur. Jawohl. 1-0 für Team Sur. Und. Einfach noch. Wie man es gesagt hat. Vorher Team Sur im Blau. Jetzt sind es Orange. Genau. Den kann man auch im Brauch wieder mal. Passiert mir jedes Mal. Weil ich selber spielen. Oh! Es ist der Start. Der Timo geht. Und. 1-1! Ja. Timo bringt ihn durch. Nachdem ist natürlich das Goal offen. Der Ball kommt weg. Der Sele ist schneller als der Verteidiger von Team Sur. Der sollte nachkommen. Und ja. Er bringt ihn gut durch. Direkt unter dem Verteidiger durch. Klassikspiel von Sele. 1-1. Wir sind gespannt wie es weitergeht. Ah! Spiel. Und. Da ist es erstmal einfach ein... ...ehm... ...ehm... Genau. Weiter Treib von Sele. 1-1. An die Latte. Und den Stroby. Den er versucht er in die Mitte zu legen. Schön unter Timo. Schön von Timo. Vielleicht bekommt er ihn nochmal. Knapp. Das war wirklich knapp. Das ist wirklich auch etwas, das sehr viel Übung braucht. Den Ball zu lesen von der Latte. Allgemein vom Backboard. Ist extrem schwierig. Dann ein neues Goal zu bringen. Und ein Schuss. Ja. Posten fast kann man sagen. Juju. Der ist on fire. Das muss man heute wirklich sagen. Juju. Der ist schnell. Der ist präzise. Er ist wirklich einfach extrem gut. In diesem Spiel. Und allgemein. Er spielt einfach extrem gut. Wenn du jemanden brauchst. Der kann durch die gegnerische Linie brechen. Und der versucht den Ball ihn wieder zu bringen. Dann nimmt man Juju. Der Juju ist wirklich super. Um ein bisschen das gegnerische Team auseinander. Quasi das fette Küche im Essen von Rocket League. Genau. Küche im Essen. Schneet durch alles durch. Wunderbar. Ja. Wir sehen da gerade Timo. Zwölf Boost. Probiert ihn wieder den Ball wieder zu bringen. Kann leider nicht mehr weiter machen. Ein Doppel Commit von Team Sir. Das ist natürlich nicht so gut für sie. Sie müssen sich ein bisschen fallen lassen. Um die Defense gut spielen zu können. Ja. Der ANC bringt den durch. Der Strowby wird wahrscheinlich müde spielen zu Timo. Vielleicht nochmal hoch. Und der Strowby geht ab. Bringt ihn aber nicht ganz zum Timo. Und Timo fliegt dabei. Kurz einfach mal eine kleine Info für die, die später eingeschaltet haben. Das ist jetzt der Halbfinale. Team Sir gegen Main Sanity. Team Sir, der sich durchgesetzt hat. Und zwar ist das ganze am Herofest in Bern, wo die Übertragung gestern bin. Und da ist 2 zu 1. Wenn wir nämlich reden. Team Sir. Wieder in Führung. Genau. Karak Sita. Es ist ein schwieriger Ball zu save. Für den Strowby zu holen. Der Juju hat den schön mit einem 50-50 an die Decke aufgebracht. Er kommt runter. Ein bisschen anders als der Strowby erwartet hat. Karak sieht das. Dass der Strowby das ein bisschen schwierig findet. Und geht gerade unten durch. Nimmt den Ball. Schüsst dann ins Goal. Strowby versucht jetzt gleich einen Konter zu machen. Und den Ball irgendwie weiter zu tragen. Einen sogenannten Air Dribble. Wenn man den Ball niemals in der Luft hitten kann. Timo mit einem sehr starken Flick. Bringt ihn über die Defense. Aber Karak ist schnell. Bringt ihn zurück. Der Strowby nicht nach hinten. Das könnte schwierig werden. Wunderbar. Er hat ihn nicht. Karak mit einem wunderbaren Goal. 3 zu 1. Karak hat wirklich sehr gut gesehen, dass er hier eine Chance hat. Den Ball durch zu bringen. Strowby verlässt sich hier auf das LS. Er hat es. Sieht leider nicht, dass Karak wirklich noch weiter am Ball ist. Dass er wirklich schnell ist. Und ja, das kostet mir in Sanity natürlich wieder ein Goal. 3 zu 1. 3 zu 1. Ja, Team Sur. Die sind heiss. Da wird sogar, wenn es so spielt, auch sehr schwitzen kommen. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Team Sur. Wieder, denke ich mal, gut vorbereitet. Spielt das wirklich gut. Gesehen gut. Ihre Gegner. Juju wieder mit einer Demo. Jetzt. Uff. Ein Latte-Schuss. Knapp. Karak macht einen Follow-up. Aber der wird ungefährlich sein. Fallbesitz für Mainz. Timo bringt ihn. Versuch wieder nachzugehen. Aber es war sehr gut der Clear von Juju. Wieder einmal. Einfach Klassik gespielt. Das LS versuchte in die Mitte. Bringen zum Strowby. Zwei Verteidigungen durch Team Sur. Bringen ihn natürlich gleich wieder weg. Timo auch allein gegen 2. Es ist 3 gegen 1 hinten für Team Sur. Das könnte schwierig werden. Juju wieder einmal souverän. Bringen ihn weg. Wirklich ein massiver Spieler, der Juju. Er kann da wirklich Welten bewegen in diesem Spiel. Ja, vielleicht auch noch einmal. Zum sagen, für die, die in Bern sind oder noch auf Bern gehen. Zirofest Hanno 3 ist das ganze live am Laufen. Aber wir dürfen auch sehr gerne bei uns bleiben. Bei uns macht es einem ja auch genauso viel Spass. Genau. Man sieht gerade den Strowby. Mit dem 2-1. Wunderschön. Ja, man sieht da sein Kopfnicken auf Approval. Strowby ist glücklich mit dem. Er rafft, um Juju vorbeizukommen. Tut ihn direkt an, wenn ich das Goal. Wunderschön für Strowby. Mit dem Hinterrad hätte er noch reingedrückt. Genau. Ball für langsamen. Das ist eine schöne Skoal. Klasse gemacht von Strowby. Etwas, was wir noch nicht angesprochen haben. Was ist mit dem Auto? Sind die alle gleich? Haben die eine Bauweise? Oder draussen? Hat das einen Einfluss? Es hat einen gewissen Einfluss. Wir sehen da die meisten Spieler. Spieler mit dem Auto Octane. Wie jetzt das von Kara zum Beispiel. Es ist ein Meta-Auto. Es gibt sogenannte Hitboxen. Und das ist, wie du den Ball triffst im Auto. Und der Octane ist sehr geeignet, um harte Hits zu bekommen. Um schnell zu drüllen. Und um sich gut in der Luft zu bewegen. Um agil zu sein. Und um den Ball auch sehr schnell zu laufen. Ja, wir sehen Timo. Er spielt auf einem Fenec. Der Fenec ist auch ein gutes Auto. Er ist wie ein Octane, aber ein bisschen eckiger. Das heisst, du kannst vielleicht ein bisschen schiessen mit der Ecke. Aber es ist nicht ganz konventionell. Weil er halt eben nicht so gut, nicht so rund ist. Und darum kannst du den Ball nicht so gut flicken. Wenn du den Ball auf deinem Auto hast. Ja, dann lernt man wieder Sachen. Unglaublich. Wie weiss dann mit den richtigen Autos? Ja. Fun Fact. Es gibt richtige Autos in Rocket League. Zum Beispiel den Nissan Skyline. Den gibt es in Rocket League. Den kann man spielen. Wird auch von gewissen Spielern verwendet. Ist ein cooles Auto. Es gibt auch das Batmobile. 3 zu 3? Es gibt auch das Batmobile. Batmobile? Genau. Es gibt sogar 3 Batmobile. Es gibt Back to the Future Auto. Es gibt das Ghostbusters Auto. Wirklich. Sie haben extrem viel Spass mit diesen Autos. Unglaublich. Sie haben eine Collaboration mit Hot Wheels gemacht. Mit Hot Wheels Autos. Es ist wirklich Hammer, was es alles für Autos gibt. Die Matchbox. Die kleine Autos, die man kann. Spielzeugautos, oder? Ja, ja. 3 zu 3. Übrigens nur noch 30 Sekunden. Das ist eine enge Kiste. Team Serb kam plötzlich ein bisschen in Straucheln. Ja. Haben Sie sich Mühe? Mein Seleti hat vielleicht das Rezept gefunden. Wir müssen es noch nicht. Genau. Mein Seleti hat sich schön angepasst. Spielt wieder ein bisschen schneller. Timo spielt nach Blackboard. Das Goal ist offen. Aber niemand hat den Ball empfangen leider. 10 Sekunden. Geht es noch in dem ersten Spiel vom Halbfinal. Oh nein, Timo. Boost. Ab der Linie hat er dann noch gekratzt. Uff. Sehr knapp. Und jetzt gegen den Schuss von Timo. Er bringt ihn auf das Goal. Die Balli bei der Luft. Und jetzt gibt es Overtime. Das hatten wir noch nicht heute. Genau. Wie lange geht die? Overtime ist unlimitiert. Der erste, wo das Goal schisst. Das grünste Spiel. Golden Goal also. Zum Glück haben wir dich. Zum Glück haben wir dich. Nur eine Viertelstunde. Den musst du abdäumen. Kannst du uns erklären, wieso du uns verlassen? Genau. Ich spiele mit meinem Team E-Paradise Felines an der Switzerland in Bern. Auch an Bern Expo mit dem Herofest. Spiele ich ein Rocket League Turnier selber. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir dort auch gut etwas machen können. Und ich muss halt versuchen, die Team E-Bien pünktlich nachher zu kommen. Auch wenn ich eigentlich ganz viel Spass habe, das hier zu kommentieren. Das ist wirklich ein halbes Spiel. Ich mache die Tür zu. Ist gut. Ich schliusse ihn ab. Ja, ich bin da eingeschlossen. Ich helfe mich raus. Keine falsche Gerüche verbreiten, bitte. Nein. Ja, wir sehen, wie der Juju bringt den Ball in die Mitte. Stroby laden für den Timo. Ein Wegbring zu Celes. Er kommt nicht ganz an, aber Timo folgt den Ball. Palsiert auf dem Auto. Versucht ihn zu dribbeln. Ja, Team Sur kann das wieder defendern. Ist oft nichts Goal für den R&C, aber er schliess ihn zu hoch. Kurz, der Kilian Kaepmann hat einfach gefragt, andere Autos, andere Hits. Das haben wir gerade vorher geklärt. Genau, ja. Also, am besten spielt er es selber mal. Gewässig auch, den kann man auch kaufen, oder? Ja, genau. Es gibt DLCs natürlich. Möbel. Überall. Zum Beispiel der Dominus ist so ein DLC-Auto, welches sehr beliebt ist. Kostet dir wie 2 Franken, bekommst du noch ein Auto. Ich glaube, der Takumi oder so bekommt man noch. Auch ein schönes Auto. Aber ja, vor allem geht es an meinen Hitboxen. Es ist ein langes Auto. In der Schweizer Community nehmen wir das ein Schiff. Ehm. Ja, wir sagen einfach, das sind Boomer-Autos. Wir können hart mit denen schiessen. Wir können wirklich krass schnell Flicks mit denen machen. Und ja, sie sind halt einfach weniger agil. Wir können nicht so schnell rumtrüllen. Und ja, es ist immer halt ein bisschen Präferenz-Sache. Momentan ein Mietauto ist halt der Octane, wie man sieht. Ja, 5 oder 6 Leute spielen das Ding. Also der von der Skoda Octavia von Rocket League. Ja, etwa. Der, den jeder auf der Strasse hat. Pflegelicht, flexibel. Kannst viel einladen. Ja, da ist einfach... Genau. Keine Werbung intended. Genau. Dürfen wir nicht genau. Sagen wir es so, der VWF von der Neuzeit. Das ist Werbung, die wir dürfen bringen. Die gibt es nämlich nicht mehr. Ja, und da sehen wir, es geht ewig. Ja, wirklich. Es kann jetzt in die Länge zogen werden. Oh, der Schuss. Aber Celes hätte ihn machen können. Aber der Verteidiger ist wieder mal da. Und muss versuchen, Juju irgendwie auszuweichen. Juju schafft es irgendwie. Den Ball an ihm vorbeibringen. Das Drowby verliert das Duell. 1-2 in der Luft. Ja, Celes kann ihn lupfen. Versuche gleich nochmal selber nah zu gehen. Schafft es nochmal gegen Juju. Zerstört. Aber Juju macht ihn auch mal kaputt. Uh, der ist aber auch knapp gegangen. Das ist unglaublich spannend jetzt. Wir sehen. Meins Denity hat das Rezept gefunden. Die sind jetzt wirklich im Spiel voll. Ja, wirklich. Die sind voll der Gegenhebe gegen Team Sir. Haben es am Anfang noch nicht ganz geschafft. Sonst würde das wahrscheinlich da ein bisschen anders aussen. Aber, ja, wir sehen gleich wieder Gegenangriff. Meins, jetzt ist das Goal ist offen. Und, es ist 4-3. Der Celes macht natürlich das Goal. Meins haben die drei Spieler. Also, gerade 1-0 Führung in der Serie. Und, ja. Ja, es ist krank. Ja, wirklich. Celes sieht es. Ball kommt. Ich kann den wirklich hart schiessen. Er boomt den Ball in das Goal. Man sieht auch gerade noch Gewinner-Animation. Nein. Von TCS Player Day. Das war auch ein super Tag. Hier sehen wir eine erste Wiederholung. Das 1-0, das 1-2 natürlich. In dieser Reihe geht es weiter. Ich mache mich weiter mit dem Celes. Es sind genug Goals. Celes können alle. Ein offener Goal vom Kara. Kleiner Rotationsfehler am Anfang. Aber sie haben sich gut wiedergefunden am 1-1. Wirklich stark Spiel gegen Schluss. Am Anfang ein bisschen Mühe gehabt. Celes wirklich zwei Goal geschossen. Krasse Performance gewesen von ihm. Ähm. Ja, er sieht halt als offener Goal. Und Juju schafft es nicht zurück. Und, ja. Team Ser. Sie müssen sich jetzt halt wieder auffangen. Ja. Sie sind wirklich von ihrem Hype jetzt ein bisschen runtergeholt worden. Vom Drohnen gestossen. Lange Gesichter. Das Strobi ist happy. Nein, ein riesiger Rins. Unser... ...letzter Malik-Kommentator im Juni. Genau. Co-Kommentator. Ja, Strobi ist allgemein auch ein sehr aufstellter, glücklicher Mensch. Er ist wirklich eine Hammerperson. Und er ist auch wirklich im Spiel. Ist er auch sehr... Der Support-Spieler. Er bringt die krassen Pässe. Aber da ist Juju das Goal. Und das ist, was darauf ankommt im Moment. Star vom Juju. Da sehen wir. Perfektes Timing. Ball zurückgespickt. Ja, vom Celes geklärt. Und dann Juju steht im Weg. Ja. Der Kara hat das wirklich stark gemacht. Er geht unter dem ersten Spieler durch. Und er pumpt den Celes noch. Das war der Key-Faktor. Der Celes kommt nicht an den Ball. Und er gerammt wurde. Verfällt jetzt. Der Boost geht trotzdem auf den Ball. Er hat es leider nicht ganz geschafft. Strobi versucht es, sich ein wenig zu retten. Aber jetzt sind sie ganz tief. Dinen Celes ohne Boost hier hinten. Er hat jetzt einen Hunderter aufgelesen. Aber R&C hat ihn schon mitgebracht. Und er kommt aufs Goal. Und wunderschön. Der Winkel oben, der hat der grandiose Time. Genau. Der Kara. Und Team Sergat wieder ab. Jetzt wollte ich gerade vorsagen. Als starkes Spiel. Mein Senaty ist jetzt warm. Nachdem sie einen Moment gebraucht haben. Aber... Ja. Der Kara hat man gesehen. Er ist gerade richtig... Er wird auch gerade ein bisschen lebendig in diesem Spiel. Sehen wir. Er ist wirklich bereit. Er ist motiviert, etwas zu holen. Der Juju direkt vom Kick-Hoff. Schuss neben das Goal. Und 13-0! Und gerade einen Rebound direkt lesen. Ja, das ist jetzt ein wenig... Falsche Fuss verwischt sind es da worden. Ja, genau. Stark. Das hätte ja so wollen, oder? Ja, das war wirklich ein guter Speed von Juju. Der Juju bringt ihn schön über den, der dem Kick-Hoff folgt. Und dann neben das Goal, dass er dann gleich gesaved werden kann. Und dann kommt er natürlich auch sofort wieder an den Ball vor dem Verteidiger. Wirklich klasse gespielt und schön gesehen vom Juju. Und dann geht es gerade wieder weiter. Zerstörung. Ja, das macht Juju auch extrem gut. Kommt die Nächste. Gerade zwei Leute nimmt er mit und jetzt ist das Goal wieder offen. Strowby mit wenig Boost von Spanen noch. Versucht sie mit der Verteidigung. Juju verbeid. Ja, die müssen jetzt verwachen. Sonst geht es da ziemlich schnell mal 1-1. Es ist nur 4 Minuten zu spielen. Es ist eine Minute durch und man hat das Gefühl Team Sir ist total in der Oberhand. Man sieht, wie schnell das schwanken kann. Aber es sind... 1 Minute ist durch, 3 Goals sind passiert. Stellt mir vor, dass es vorher passiert wäre. Ich bin Schokolade ab. Plötzlich 3 Goals drin. Es sieht ganz anders aus. Ja, es ist ja so, ja. Okay, wie in den letzten zwei Spielen vielleicht nicht. Jetzt sind schon fast 4 Goals. Aber ja, man sieht, was ich meine. Es kann alles sehr extrem schnell schwanken. Juju wieder mit einer Demo. Extrem stark und prominent bei ihm im Moment, muss man sagen. Er kann das wirklich recht gut einfach in die Linie reinbrechen und die Rotationen kaputt machen. Das ganze Team brechen in dem Sinne. Wieder ein offenes Goal für Team Sir. Leider Ball ein bisschen daneben. Ich versuchte nochmal einen Bump mitnehmen. Einen Spieler ein wenig vorweg zu nehmen. Das Goal ist wieder offen. Es geht aufs Backboard. Juju dann runter. Wunderschön! Mit einem riesigen Safe. Ja, aber auch wunderschön, wie der mit dem Dach vom Auto runter drückt. Genau. Verkehrt rum schiessen. So bringst du den Fall richtig gut und scharf runter. Das ist eine sehr gute Strategie, um ein bisschen Speed drauf zu bekommen. Ich sage, heute Abend gehe ich üben. Heute Abend gehe ich zu Hause noch ein bisschen üben. Ja. Nächste Season wieder einschalten. Wir sehen dann, der Steamer von SRF wird da bei TCS Liga wieder im Finale stehen. Nein, das wäre etwas, wäre etwas. Aber da komme ich sicher noch mehr daraus. Nicht nur so, ich spiele selber ab und zu als Hobby mit. Sondern ja, dann... Die Schnitte machen mich fertig. A, B. Jetzt weiss ich nicht was für Schnitte. Kinderschnitte? Oder meint ihr die Schnitte von der Kamera, die automatisch gemacht werden? Tut mir leid, da haben wir keinen Einfluss. A, B. Ja, es ist ziemlich mühsam zu machen, manchmal. Aber grundsätzlich, die Produktion gefällt mir extrem gut. Die ganze TCS Liga ist wunderschön aufgebaut. Absolut, absolut. Ja, der RNC probiert wieder das Goal zu redirecten, nennen wir das. Das ist auch eine super Crew, muss ich sagen. Also die Zusammenarbeit ist grandios. Wir freuen uns immer wieder. Wunderschön an der Linie wieder das. Das ist auch mit dem Spinner wunderbar kommuniziert, jedes Mal. Wunderbar. Und da lässt der Schuss quasi. Ja, extrem knapp. Aber wieder ein Demo. Ja, Demo um den Kara, aber trotzdem. Der hat das gerade durchgezogen. Ja, er macht das Goal frei. Sein Teammate, also er lässt das Goal frei machen vom Juju. Der Juju kann das, he. Der Juju ist wirklich der erste riesige Experte, wenn es um solche Sachen geht. Der Bomber würde ich jetzt nennen. Ja genau, der Flötenbomber. Das Kuchenmesser? Ja genau. Den baut man, den musst du jetzt einbringen. Kuchenmesser ein bisschen. Das Kuchenmesser, ja. Kannst du mir das erklären? Nicht in Schweizerdeutsch. Nicht gross. Er kann gewisse Wörter. Aber ja, er probiert es. Gut. Kannst du mir auch Kitchen Knives sagen, dann finden sie alle. Genau. Einfach, dass sie vielleicht auch wissen. Für dich ist es auch Neuland, Schweizerdeutsch zu kommentieren, oder? Natürlich, ja. Ich habe vorher schon auf Englisch kommentiert. Es ist komplett anders eigentlich. Weil die ganzen Fachbegriffe, die sind auch in Englisch. Und so muss ich halt ein wenig in Englisch reden, in dem Sinne. Die Karra, wieder mit einer Demo. Versuche das als goalfrei zu machen. Aber das Mal war die CNC nicht da, um das goal wieder zu verwerten. Aber ja, Schweizerdeutsch zu kommentieren ist wieder komplett etwas Neues für mich. Ähm. Es geht nicht allzu schlecht. Es ist einfach ungewohnt. Und darum, ja. Mal schauen, wie das weiter läuft. Und jetzt Juju wieder schön in den Pass reinzufahren. Von der Main-Santy-Seite. Es war leider nicht ganz bereit. Für den Sellis sind Pass rückwärts. Timo kommt nicht rein. Juju verwertet das Goal. 5-0. Das ist unglaublich, ja. Ja, das ist wirklich eine hohe Performance. Vor allem nach dem Zurückkommen vom Main-Santy im ersten Lag, hatte ich wirklich das Gefühl, das wird ja ausgelichtener. Aber, ja. Ja, es sieht wirklich aus, als würd ich das noch ein wenig. Die Länge zu den Sellis probiert am Flippi-Set machen. Nicht ganz alle Räder am Ball angebracht, leider. Guter Versuch gewesen, jedenfalls hätte sie ein Goal werden können. An diesem Punkt kann man noch ein wenig auf Style-Plays gehen. Fokussierst du ein wenig aufs nächste Spiel. Ja, das ist ja so. Und ja, schaust du, dass du die Motivation nicht verlierst, dass du in den Boden gedrückt wirst. Man sieht hier wieder eine Chance für den Sellis. Bringt er ihn durch. Knapp neben das Goal. Ja, das ist knapp gegangen. Vielleicht einfach noch kurz. Bei 5 Minuten musst du leider abspringen. Wir hatten eigentlich so ein wenig geplant, dass du die zweite Best-of-Five-Serie, sprich der Halbfinale auch noch mal kommentieren, fertig. Ja, das hat es leider nicht ganz geplant. Ja, das ist auch eine Verzögerung vom Start. Das ist jetzt halt. Können wir halt nichts machen. Können wir leider nichts machen. Wir könnten höchstens dein Turnier bestechen, das dich später brauchen. Aber... Ja, wir könnten einfach ein Auto binnen bekommen. Oder so. Anja mit dem Gagging. Wir können sowieso weiter. Du bist aber nachher nicht warm, oder? Ja, genau. Das wäre auch schade. Nein, also... Mega schade, musst du gleich gehen. Jetzt geniessen wir das noch. Vielleicht reicht es sogar noch ein bisschen für... In das zweite Spiel hinein, genau. Das dritte? Das dritte? Ja, das stimmt. Für das Spiel um den zweiten Punkt. Voilà, genau. So, noch eine 10 Sekunden Führung in diesem Spiel. Ja, sie behalten jetzt hier hinten noch ein bisschen den Ball. Versucht da noch vielleicht noch mal ein Goal reingedrucken. Anja, wenn sie ein bisschen am Spass haben, rumdribbeln. Und der Schuss. Ein bisschen oben behalten den Ball. Schluss kommt das Goal. Riesen Safe, aber noch. Ja, wir sehen einen massiven Safe. Team Third 2-1. Nein, 1-1. Ausgleich. 15-0 also. Also, wir hatten einen vierten Turn nach Verlängerung gehabt. Für Main Sanity jetzt gefolgt von einer 15-0 in die andere Richtung. Wow! Es schwankt wirklich sehr stark. Ich hoffe, Main Sanity kann da wieder zurückkommen. In diese Partie. Kann sich selber wieder ein bisschen finden. Andererseits wird es wohl ein Servet-Final geben. Äh... Ich habe nicht wenig schon Servet gesagt aus Versehen. Ich denke, ich weiß nicht, wer überhaupt geweint ist. Kein Problem. Aber... Ja... Das wird wohl... Ähm... Ziemlich interessant werden zwischen den zwei Teams. Absolut. Haufen Failpässe. Darf ich noch kurz etwas einbringen, bevor ich dich verloren leide? Kylan Kaufmann. Ganz fleissig am Schreiben. Finde ich toll. Er hat geschrieben, wird Juju MVP? Also der beste Spieler vom Turnier. Also wenn er so weitermacht, ist er definitiv ein schwerer Kandidat, oder? Ja, definitiv. Im Moment würde ich sogar schwer für Juju Voten. Dass er hier den MVP bekommt. Er ist da wirklich sein Team am Tragen durch diese Spiele durch. Und... Ja, wir sehen es. Er kommt da wirklich extrem gut durch. Das Spiel geht weiter. Der Kara günstens Kick-Off für Team Sir. Er bringt Timo in den Ballsitz. Er kann sich aber nicht durchsitzen gegen Juju. Tiptop los geht es also mit dem dritten Spiel. Und... Hier noch ein Kommentar von Simon Hefliger. Eimin auf Schweizerdeutsch kommentiert. Endlich, Flemmli. Ja, voll. Also, ist doch cool. Eben, du hast es normalerweise auch auf Englisch. Genau. Darauf. Für mich ist es Neuland weiss Neuland auf Englisch. Darum brauche ich auch eher ein bisschen Deutsch-Begriff. Wenn ich selber zocke, ist alles auf Deutsch gestellt. Ja klar, wir könnten gerne eine Umtrellwiederholung sagen. Einser noch! Genau. Ich sage auch Zerstörung. Meinen Sie denn die? Also die, die normalerweise auf Englisch schauen, ich meine das Gleiche. Genau. Ja. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr nachgewöhnen können, nach 3-4 Jahren Rocket League selber zocken, ab und zu alles auf Deutsch zu lesen. Ja. Ja, klar. Aber deine Begriffe, die muss ich definitiv auch ein bisschen eingliedern. Seilingsschaden und Co. Das haben wir selber noch nie geschafft. Ja, es ist auch ein sehr advanced Mechanic, muss man sagen. Extrem schwierig zu lernen und auch wirklich umsetzen in einem Spiel. Das ist natürlich so. Unter Druck. Ja, grundsätzlich werden die Mechanics alle gelernt. Das macht man grundsätzlich ein wenig im Freeplay. Man kann den Ball rumschiessen. Das ist wirklich nur der Ball und du. In dieser Arena versuchst du den Ball ins Goal zu schiessen. Genau mit dem Ding. Und du wiederholst es tausendmal, wie es drin ist. Und das Zweifel ist, Roby. Also jetzt meinst du auch nicht. Ja, der Stobey freut sich. Ja, jetzt merkt es, wir sind wieder da. Kurzer Punkt, für wer sind wir? Wir sind neutral natürlich, oder? Wir müssen. Bei dir weiss ich es nicht. Aber ich bin neutral. Ich habe keinen Favoriten. Ich wollte einfach, dass es ein absolut geiles Rocket League Turnier ist. Dass wir viele Goals sehen. Genau. Das Wichtigste ist, alle haben Spass. Genau. Und ich meine, das haben wir. Ja, definitiv. Jetzt statt 2-0 für Mainz-Tedity. Wer hat jetzt das heute noch nach dem 5-0 gedacht? Es ist unglaublich, wie es hin und her geht. Ja, es gibt so kranke Sachen. Ja, es ist wirklich super. Wir haben da mehrfach schon die Frage auf Fischi, Ninje. Oder wie du auch immer dich aussprichst. Gibt es einen Spieler aus Uri an dem Turnier? Uri? An dem Turnier nicht. Ich kenne einen aus Uri, der Rocket League spielt. Das wäre der Kös. Er hat vorher in der Swiss Esports League gespielt. Bei Lostig. Ich weiss nicht, wie aktiv sie in der Rocket League spielen. Aber er ist auf jeden Fall auch ein extrem netter Typ. Und wie gesagt, Team Surfer versucht es da ein wenig nachzusetzen. Ein wenig in Gegenwirken. Chara mit dem Goal. Ich glaube, das Spiel nehmen wir noch. Das Spiel nehmen wir noch. Du bist am 50 Uhr abgeholt. Also haben wir noch 5 Minuten. Dann passt das Tipptopp, dass du ihn noch auf öffentliche Verkehrsmittel und dann abdäusern. Richtig Bär. Er wird auch am Herofest sein. Also später, wenn ihr ihn seht. Ja, könnt ihr ihm gratulieren. Er macht es super cool auf Schweizerdeutsch. Mega cool. Ja, könnt ihr auch Hallos reinkommen. Halle 3 ist der Stand, gell? Ja, in der Schweiz. Ich sitze seit 1. Mai 106. Könnt ihr Hallo sagen. Könnt ihr noch etwas spielen. Wunderbar. Was egal. Ihr könnt das auch dann austesten. Auch morgen ist noch offen. Alles läuft alles. Alles bis Sonntag. Herofest in Bern. Bärdexpo. Keeper des Felines. Der Arroli. Der Arroli an meiner Seite. Der uns mit Expertenwissen wirklich fast abgefüllt. Auch schon bombardiert. Genau. Genau. Zerstörung ist es zwar noch nicht. Wir mögen ihn noch durchhalten. Ja. Wir sehen da gerade den Zerstörer auch wieder am Ball. Er arbeitet gleich nochmal den Ball zu berühren. Aber leider in die falsche Richtung. Mainz NT jetzt wieder den Druck am Aufbau. Wir versuchen den Ball nahe zu kommen. Schöner Pass zum Juju. Aber Timo hat dann schon gesehen. Wir versuchen den Ball nochmal in die Mitte zu bringen. Komm. Celes ist oben. gegen den RNC wird es aber nicht lange. Wieder NYI in die Defense. Timo alleine bricht wieder. Einfach zurück durch. Timo hört nicht auf. Spielt aggressiv. Wirklich sehr gutes Pressuring von ihm. Wir sehen gleich wieder Celes. Spielt hoch in die Mitte. Wird aber niemand da sein. Ausser einem Gegner zum Empfang. Cara spielt dann zum RNC. der gerade weitermacht. Am Timo vorbei. Am Celes vorbei. Atlante. Atlante. Das ist wunderschön gespielt. Das Team. 2 zu 2. RNC nochmal mit dem Follow-up. Wunderschön gewesen der Cara. Abstauber. Abstauber. Auf Deutsch gesehen. Ja klar. Der Juju war wieder am Werk. Das war der Juju oder? Nein nein. Er hat ihn am Frag hingeschossen. Ah. Jetzt ist er mir schnell kam. 2 zu 2. 2 Minuten. Ja. Es wird eine sehr enge Partie. Sehr eng. Sehr eng. Celes versucht auf den Ball zu kommen. Fliegt direkt rein. Weil ich zurückgestossen habe. Verlangsamt. Fließe ab für ihn. Braucht es eine Weile zum Recoveren. Strobi versucht den nochmal zu haben. Timo ist aber schon oben. Wahrscheinlich direkt cold. Strobi geht wieder zurück. Ball gegen Celes. Wird verwert vom Juju. Jetzt der RNC. Bringt ihn in die Mitte für den Cara. Cara ist ab und bringt ihn unten ins Goal. Sehr schön gespielt. 3 zu 2. Ja. Da ist der Hype jetzt wirklich mit Team Söhr. Sie haben richtig Lust. Schöne Flick vom RNC. Schöne Mitte zum Cara. Cara ist bereit. Druckt ihn unten links ins Eck. Aber keine Chance für Timo. Jetzt haben wir noch 2 Fragen beantwortet. Und zwar haben sie nach Spielen gefragt. Einen aus Graubünden. Da bin ich überfragt. Graubünden. Haben wir keinen in dieser Liga? Ich weiss niemanden. Gut. Also in Aargau gehen wir. Das ist der Lukas Jakober. Der kommt bei Servet. Das ist Safar. Genau. Safar. Wir sagen Safar. Safar. Wieder nicht englisch ausgesprochen. Ist nicht konsequent. Safar, ja. Und den Hammer. Äh, sonst niemand. Wie? Ja du natürlich. Der Celeste ist glaube ich auch Aargauer. Tatsächlich? Das habe ich nicht aufgeschrieben. Ich bin nicht ganz sicher. Der Habas ist auch Aargauer. Der Top TCS Liga Goalie übrigens. Der ist bei welchem Team? Auch bei uns. Ah, bei E-Sports. E-Paradise Felines. E-Paradise Felines. Top TCS Goalie. Eigentlich der Manager. Und ja auch er ist Aargauer. Genau wie der Trogs. Der Analyst. Den seht ihr. Amix 4i-Planer. Gehören wir natürlich nicht. Wir sind jetzt hier am reden. Ähm. Ja. Ich verabschiede mich langsam, langsam. Jetzt noch 15 Sekunden. Und du musst nachher wirklich abdäusen. Ja das wird schon lange. Tipptopp. Ich hoffe es. Ehm. 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 Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und da bei uns gewesen bist. Sehr gerne. Sehr gefakt. Ehm. 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 Es geht vor Timo, der den Ball Richtung Goal bringt, der Schuss von Timo und Celeste von hinten raumt fast ab. Strobi probiert es auch. Natürlich jetzt alle im Rückwärtsgang probieren die Löcher zu stopfen. Cara nimmt den Ball mit vorne, hinter der Zerstörung, die er kassiert. Letzte Sekunde, ablockt, den Ball aufs Goal gebracht, Cara natürlich, ja, und das ist jetzt der JuJu verfällt! Das wäre eigentlich ein Tapping gewesen. Einfach über die Linie gedrückt, hat aber nicht genug Boost-Fahrscheinlich gehabt. Ich kann es leider nicht anzeigen, um dann noch über die Linie zu bringen. Und natürlich haben die recht, Team Surfer 2 zu 1, ich habe das komplett falsch aufgeschrieben, tut mir leid. Von lauter Tschüss sagen, mich verabschieden von Maron Hannes. Falsch gesagt, tut mir leid. Danke Schwarzfell, Blackfur auf YouTube. Und da ist es 1-0, der Strobi! Er liefert, er liefert in dieser Halbfinalserie. Wir sehen es gerade noch einmal. Perfektes Timing, versenkt der Pass und JuJu. Und ich glaube, es war die Cara, ist mir das schnell gegangen, was wir dann nicht mehr klären können. 1-0, Main Sanity also mit einem guten Start in die vier Partie dieser Serie. Das Strobi über die Decke. Und da Cara wieder um Platz 4 auf dem Angriff. Timo, rechtzeitig noch können den Ball eben weg-tacklen quasi. Der JuJu ist in Form, legt sich davor über die Seite, aber in der Mitte dann klärt. Und es geht weiter, der Schuss von Cara. Celes kann klären. Und jetzt den JuJu, der hier läuft zu holen, verfeilt er. Weil Celes in der letzten Sekunde auch noch durchschieben konnte. Der RSC in, sehen wir. Jetzt gehen wir momentan ein bisschen weniger mit den Defensivaufgaben beschäftigt. Cara mit dem nächsten Lanciersversuch im Aufbau. Stark und der Strobi mit dem Weitschuss! At-Latte! Unglaublich! Aber Main Sanity ist parat, wo da der Ausgleich? Strobi da im Fokus. Von den, die vor der Kamera noch einmal die Kameraführung angesprochen haben. Das ist ein automatisches System, ein Algorithmus, der hier jeweils umschaltet. In dem Meister-Meister-Felker. Das klappt super für uns neue treue Zuschauer. Ähm... Dass man da alles mitbekommt. Manchmal ist es ein bisschen weit weg. Und dann muss ich ehrlich zugeben. Dann gibt es das Rad, der Weitschuss! Und Celes auf der Linie klärt. Zwei Minuten geht es jetzt, der geht nur noch. Und es steht 1 zu No für Main Sanity. Das heisst, es wird den Ausgleich 2 zu 2 geben. Noch keine Entscheidung. Aber, wie man vorher kennengelernt hat, es kann grausam schnell gehen auf eine und die andere Seite. Man sieht Flicks zum Tempo aufnehmen. Schuss von Cara. Jetzt geht hin und her. Wunderbar von Strobi. Zoberstoben noch klärt, ob der Latte hat. Hätte er zu seinen Teamkollegen gegeben. Celes mit der Lansierung. Denen aber nicht durchziehen können, weil er geklärt wurde. Und es geht wieder auf die andere Seite. Es ist sehr, sehr ausgeglichen. Das haben wir jetzt auch schon im letzten Spiel gesehen. Sehr, sehr ausgeglichen. Nach dem 5 zu 0 Ausreisser. Strobi. Probiert den runterzudrücken. Und da ist der Schuss an die Latte wieder. Also Celes und Strobi, die versteht sich blendend da vorne. Muss man einfach mal sagen. Spielt ja schon lange zusammen. Auf der Linie geklärt. R&C. Cara. Ja, eine Minute. Team Sur. Muss es verhindern, dass es 2-2 heisst. Sprich, sie müssen das Go schiessen. Wunderschön. Aber der Wand mit dem Boost. R&C. Wie er das lanciert hat. Der Juju. In diesem Spiel noch ohne Goal logischerweise. Aber ansonsten. Sushi wirklich sackstark wie er das Turnier bisher heute angeht. Wirklich sackstark. Auch schon gegen Pichacolada. Mit Goal und Goal und Goal. Und Strobi hier probiert ihn richtig Goal zu bringen. Nicht ganz klappen. Nicht ganz drücken. Die Zerstörung. Drei Sekunden geht es noch. Natürlich im besten Interesse von Mainzern sind, dass jetzt den Ball in der Hälfte von Team Sur. Ein Schuss an die Latte wieder. Oder sogar der Pfosten war. Und jetzt Zelles mit dem Versuch den Pass runterlegen für Strobi. Letzte Sekunde geklärt. 10 Sekunden. Das wird eng. Timo Kade wegguiden. Bringt ihn nach vorne mit extra viel Boost. Und das soll es eigentlich sein. Ball geht runter. Und ja. Mainzern hat ihn mit einem 2-2 ausgeleicht. Strobi mit einem einzigen Goal in dem Ganzen. innen. Und ähm. Ich schaue kurz kurz. An was wir da im Chat innen haben. Dort ist die Frage wegen international auftrebenden Mannschaften. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir das noch kurz beantworten können. Mit dem Aaron. Was sicher ist. Was ich euch mit gutem Gewissen erzählen kann. Ist, dass Servet mit dem Safari einen absoluten internationalen Topspieler hat. Ob Servet selber international spielt. Bin ich im Moment befragt. Ähm. Also was ich in der Beschreibung noch kann nachliefern ist. Dass sie es wollen sein. Aber ob das klappt in der Zwischenzeit. Europäisch international aufzutreten. Bei Rocket League. Da. Muss ich kurz passen. Wird es aber nachliefern. Verspreche ich euch. Und. Wir sind in der entscheidenden fünften Partie des Halbfinals. Zwischen Mainzerneti und Team Sur. Moin an FIFA Flex. Schön bist du dabei. Wie ich schon gesagt habe. Auf YouTube. Beim Channel könnt ihr eure Fragen stellen. Und. Wenn möglich. Beantworte ich sie. Der Schuss vom Juju. In letzter Sekunde erklärt. Es geht doppelt. Sehen sie einen. Waren sie. Einer für die Offensive Aufgabe. Einteilt heute. Es geht hin und her. Noch keine. Top Tor Chance. Kann man quasi sagen. Aber wir sehen. Es ist alles ausgeglichen. Und da ist es noch. Der Strowby mit einem Goal. Aber. Ich glaube. Da hat er einen Golf. Jubel gemacht. Ich glaube. Ist das ein Ein-Goal gewesen? Nein. Er ist zwar noch dran. Der Ball an der Decke. Ja. Es war ein Ein-Goal. Aber natürlich zählt das. Juju hat es geschossen. Für Mainzerneti. Aber es zählt dem Strowby. Weil er zuletzt am Ball war. Also wie im Hockey. Wenn man eine weitere Sportart da drin spielt. Wunderbar. Der Schuss vom Celes. Und dann auf der Linie geklärt vom Karra. Perfektes Timing. Da schiessen Strowby vorbei. Es läuft da so. Gut für Mainzerneti. Und jetzt. Ein-Goal. Wir haben ein Spiel von eigen-Goal. Der Karra. Ihm wird das Goal angerechnet. Aber der Ball natürlich da. Ab der Wand. Ab dem Pfosten. Und der Strowby steht. Auf der Linie. Und tut ihn rein. Vorher konnte er das. Ein-Goal für sich gut schreiben. Von Juju. Und jetzt kassiert er eins. Schade. Schade. Ich schaue noch kurz. Was wir in der Abstimmung hatten. Auf Twitter haben wir abstimmen lassen. Wer. Heute gewinnen wird. Meister wird werden. Das Ändergebnis ist. 53% Servet. Und 27% hat Mainz. Tiefen Radar. Pitcher Colada mit 13%. Auch noch dabei. Aber die sind natürlich ausgeschrieben. Team-Sir. Wollte sich da wirklich super schlagen. Besser als erwartet. Sagt auch unser Experte. Aaron, der jetzt gerade vorher gegangen ist. Wenn er selber spielen muss. Er hat nur 7% bekommen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Das erfolgreichste Spiel in Sachen E-Sports ist gefragt worden. Levy der Allerechteste. Allerrechteste, Entschuldigung. Ehm. Ja. Da gibt es eigentlich wenig Zahlen. Was sicher ist. Rocket League hat 60'000 aktive Spieler. Die einen Account haben. Und öfter spielen. In der Schweiz. Das ist eine sehr hohe Zahl. Und die spielt wirklich aktiv auch in den Ligen. In den verschiedenen Online-Games. Im Spiel selber. Unorganisiert. Also sprich auch einfach im normalen Herausforderungsmodus. Natürlich gibt es dann ganz, ganz viele andere Spiele, wo ich ehrlich gesagt den Überblick ein bisschen verloren habe. oder nicht habe. Aber ich würde schon sagen, so wie ich meine Recherche gemacht habe, ist Rocket League vorne dabei. Bei den meisten gespielten. Natürlich FIFA und so. Wenn man das alles anschaut. Auch extrem vertreten. Jetzt habe ich eine Antwort von Aroli auf die Frage, ob Servet International spielt. Ja, sie spielt fast Rocket League Rivals Series geschafft. Auf den Safari hat auch mitgespielt. Und, ähm, ja. Wie ihr seht, sehr, sehr, sehr erfolgreich. Eine Minute noch. Geht's also. Und, es wird in dieser Minute entschieden werden, wer im Finale gegen Servet einzieht. Strobi mit einem klärenden Ball nach vorne. Wird gerade übernommen von ihm selber. Legt sich davor. Bringt er nicht die Mitte? Nein, geklärt. Vom Juju. Und, man sieht, es ist wirklich grausam eng. Der Schuss hier, Nachschuss. Hat er den Karan noch, den... Juju hat's geschafft, den Ball aus Go zu bringen. Noch drei Sekunden. Und es ist wirklich alles noch möglich. Juju mit dem Weitschuss, geklärt vom Timo. Wenn er den verpasst, ist natürlich fertig. Zerstörung, nachher von Juju. Der ist einfach stark in dem... Und, wir sehen, die Zeit läuft runter. Wenn es jetzt nicht ein Traumgoal von Juju gibt, in die letzten Sekunden, dann geht das tatsächlich in Verlängerung. Und, der Platz im Finale. Und, es sieht schwer aus. Ball geht er am Boden. Kann man ihn halten? Nein. Es ist Overtime. Und die ist Goal und Goal. Sprich, es wird gespielt, solange gespielt wird, bis es ein Goal gibt. Hier wieder eine Zerstörung. Ich glaube, es war Juju. Das war die Zerstörung. Da hast du noch gefragt worden, wegen der Zuschauerzahl. Die kann ich dir leider nicht mehr sagen. Illustrate HD. Aber die Streams wären ziemlich gut besucht. Die FIFA Streams sind... 1 zu 0! Entschuldigung! 1 zu 2! Das ist der Sieg! Das ist der Final! Fast verpasst! Team Sir! Und es ist natürlich der Juju gewesen. Natürlich! Meinen Sie nicht? Also, Out! Verabschiedet sich für diese Saison. Team Sir schafft den Schritt in das grosse Final. Ich glaube, es war Juju. Sie ist mir schnell gegangen. Ehrlich gesagt. Oder war es Cara? Hoffentlich sehen wir noch ein Replay. Das wäre schön. Jetzt wird abgeklatscht. Aneinander gratuliert. Und dann geht es. In das Interview. Wir sehen ja, die Enttäuschung ist natürlich gross. Aber man gratuliert sich. Man hat es gut. Man hat es vorher gehört. Aaron hat es vorher erklärt. Das ist eine Community, die extrem, extrem eng miteinander in Kontakt steht. Unglaublich gut. Sie haben eine riesige Grinsen. Hier bei Cara. What a series this was. Wir hören uns kurz zu. Oh my god. Five games. Overtime. Complete sweeps. Was für eine Serie sind das. Overtime. Klare Siege. Hardly pounding. Und dann wieder Niederlage knapp gewesen. Und jetzt. It feels really great. It was. Such a hard battle. They played so good. I was always struggling with boost. They always had every boost on our side. Sie waren unglaublich. Sie hatten immer Probleme mit dem Boost. Ja. We kept strong behind. Aber sie sind hinten sehr stark gestanden. Das ist auch das, was Aaron gesagt hat. Im ersten Spiel gegen Pichicolada. Hinter der Defensivarbeit. Super gemacht. Und dann hat es vorne mit Konter immer super geklappt. Now you get the chance against Sir Virginia eSports. What are your chances? Also im Finale. On a scale of 1 to 10, I guess, 3. But we had close games in the league play. We had close games in the league play. And now we plan. We are coming with momentum. I hope we can make so much access here. Alright. I certainly think so. You showed a lot of potential. And I just have a one last quick question. These demolitions. From Juju is a specifically. Are these planned or do they just happen just like that? Yeah. It's his playstyle. So we work on them. No, I think it's important to work with demos. Get players out of the rotation. Chaos in the openlands. And it works fine so far for us doing that. So we will continue. Work perfectly. And that worked perfectly. And thank you. I will be back to Amonise. Take it away. And to be honest. Ganz, ganz, ganz klar. Ein 3-2, ein 5-1 und ein weiteres 5-1. Also es war eine sehr klare Sache zugunsten Sir. Und dann in der nächsten Runde im Halbfinale haben sie auch so weiter gemacht. Team Sir hat dort unglaublich Gas gegeben. Es war das erste Spiel 4-3 nach Verlängung verloren. Danach aber ein 5-0. Das war eine Machtdemonstration. Und jetzt sehen wir noch einmal das Replay von diesem Spiel. Wunderbares Goal von Strowby. Und dann Karra. Wirklich mit diesem unglaublich tollen Goal. Entschuldigung, ich kann natürlich ein Seich gesagt. Das ist das Replay vom ersten Spiel, das in 4-3 nach Verlängung geändert hat. Wir sehen jetzt gleich das Goal wahrscheinlich. Genau, der Weitschuss. Den haben wir noch gesehen mit Aaron, zusammen mit Marouli. Dann... Das nächste Goal. Und dann 5-0. Heiss, schöner als Sander. Also es ist wirklich... Da natürlich die Zerstörung, die er vorher genannt hat. Kurz vor dem Goal der Karra abstauben. Und... Dann sehen wir da die weiteren Goals vom Team Sir. Im dritten Spiel, das haben sie 3-2 gewonnen gehabt. Das ist ja das, was ich falsch genannt habe. Der Stelle noch einmal sorry. Danke für das aufmerksame Zuhören. Oh, die Goal da noch einmal. Und jetzt sind wir im fünften Spiel. Wo wir noch einmal endlich das Sieges-Goal dann anschauen können. Da... Ist es gewesen. Da ist es. Jetzt haben wir es. Von hinten... Anzuräuschen. Juju ist es gewesen. Ich habe es in dem Fall doch richtig gesehen. Leider haben wir die Replay nicht gesehen. Juju mit dem Sieges-Goal. Und... Einen goldigen Schuss. Im Final gegen das... Genf Servet. Und... Ich erlaube mir, dich kurz die Spieler vorzustellen. Der Stelle... Genf Servet. Ein... Höchgedekodiertes Team. Zwei Mal schon Meister gewesen. In der... Liga, wo wir da... Schau, die TCS Liga. Ähm... Im Team natürlich der Safar... Der Safare... Wie auch immer man es ausspricht. Der Lukas Jakober. Er ist aus Margare. Der Captain und Manager. 19 Jahre. Und... Er ist schon seit 2017. Bei... Servet. Der Mirror Wing. Das Küken. Der 17-Jährige. Er ist aus Lausanne. Er ist seit 2018 dabei. Und... Er ist früher bei Team Sur. Er wurde dort viert. In der letzten Saison mit Team Sur. Also in der ersten Saison. Und... Léon Michel. Der Hello. Zwenski. Aus Frankreich. Goal-Marc. Und... Seit dem September erst dabei. Goal-Raten... Sind natürlich sehr stark. Also... Safar mit 1,45. Goal pro Spiel. Der Mirror Wing mit 1,48. Also noch höher. Bei Melo sind es... Licht unter 1 pro Spiel. Also... Goal-Maschinerie. Meister. Serienmeister. Schafft. Servet. Der dritte Titel. Wir werden es gerade erfahren. Wir schauen jetzt... Hallo. Gehört ihr mich? Ich brauche ein Ding. Noch ein bisschen vorne. Schaut, was da... noch Fragen kamen. Ja, stellt eure Fragen auf YouTube. Entschuldigung. Wir probieren sie zu beantworten. Mit mir meine ich den Aron. Der ist zwar schon unterwegs. Leider müssen... Zurück auf Bern gehen. Zum Detail nehmen. Aber... Er wird uns weiterhin... Mit Fachwissen unterstützen. Von unterwegs. Und wir kommen langsam, langsam richtig... Finalspiele. Auf Twitter könnt ihr jetzt gerade abstimmen. Wer das Finale gewinnen wird. Hier schauen wir, dass das letzte gerade oben ist. Auf dem Twitter-Account von SRF Sport. auf dem Twitter-Account von SRF Sport. Check it out. Und... Und... Wir schauen hier an, ein bisschen Werbung, ein bisschen Teaser muss ich sagen, nicht Werbung. 5 Minuten habt ihr Zeit um abstimmen, die Umfrage ist jetzt auf Twitter online. Check it out, gebt eure Meinung ab, könnt natürlich auch auf YouTube kommentieren. Wie kommt man in eine Liga? Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch bei Teams bewerben natürlich, ihr könnt eigene Teams gründen und probieren an Challenger Cups mitzumachen, bei den allgemeinen Turnieren, um dann quasi so aufzusteigen. Haben wir in diesem Fall gehabt, in dieser Saison, am Mändig, gab es ein Abstiegsspiel. Dort hat sich das Team von Aron, unserem Experten, durchgesetzt. Bleibt oben, aber wir haben auch ein neues Team, Different E-Sports, das aufgestiegen ist, auf Kosten von... Ähm, jetzt will ich gleich selber unterschauen. Silent Gaming, genau. Silent Gaming, das nicht antreten konnte, vor Fae, Gide und durch das abgestiegen ist. Abgestiegen sind aber auch andere Teams. Und zwar EQX, wo es eigentlich geschafft hat und sich verabschieden müssen hat. Bleiben tut Lausanne, die haben verhindern können gegen das andere Team Sir, 3-2 in der Serie, und Pikachu, wo aufgestiegen ist. Das ist also nächstes Jahr, zwei neue Teams, in der nächsten Season, Season 4 der Liga. Ja, der Gabriel zumal fragt man, über was sind die drei Männer, das sind die Analysten. Die tun, so wie ich jetzt, Sachen analysieren, mehr ins Detail. Ähm, unser Stream ist natürlich ausgelegt auf Leute, die das nicht so oft verfolgen oder gar nicht. Und wir probieren eben darum auch Fragen zu beantworten bei SRF Sport. Bei Original Stream von der Liga selber, von der eSports-Liga, dort sind es natürlich Fachmänner, die um noch extremer am Fach simpel sind. Also wenn ihr schon länger dabei seid und englisches Fach simpel wollen, dort habt ihr natürlich die Analyse im Detail und aus erster Hand, weil das sind alles auch Spieler, alles auch die, die schon mitgemacht haben in der Vergangenheit oder in der Liga selber mitspielt. Wir kommen langsam, Schritt für Schritt näher zum Final. Wir sind schon fünf Minuten, statt auf dem Programm geht es noch bis zum Final. Wir schauen mal, was da abgeht in Abstimmung und Fragen. Die sind nicht sehr aktiv, liebe Community. SRF Sport auf Twitter, at SRF Sport könnt ihr abstimmen. Und da sehen wir Teams. Team Sir, die sind parat und wie sie parat sind schon seit dem Anfang, seit dem Viertelfinale. und wie sie tätiviert jetzt gross sind. Wir sehen, es war der Kara, der ist total relaxed, der ist am Lachen, ist parat. Und Team Servetti sind sich am Besprechen. Die sind natürlich jetzt noch kalt, die haben heute noch nicht gespielt. Die haben aber Zeit gehabt, zuzuschauen und sich auch Gedanken zu machen, wie sie Taktik, was für eine Taktik sie haben gegen das starke Team Sir. Und das ist natürlich wiederum ein Vorteil. Sie sind sowieso das stärkste Team. Zweimal Meister, Titelkot zuletzt und sind parat. Sie sind parat, ja genau, an der Blick in die Kamera. Sie sind parat. Aber, können sie das Momentum von Team Sir brechen? Sie sind parat. 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 Und los geht's. Das ist auch ein Tor. Lassiert. Möge! Eist. 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 Der Mirror. Möge! Der Wing, Mirror mit einem 1 zu 0, also Servet ist bereit. Team Sur in Orange muss dagegen halten, das war ein Blitzstart für Servet. Der Mirror dreht den Ball mehrfach rüber und aufs Goal! Was für ein Traumgoal! Er ist voll, voll bereit, der Mirror Wing. Unglaublich habt ihr das gesehen. Drei Mal mit dem Air Dribble. Dreifach trägt er hier vorne. Unglaublich stark. Wir haben ja noch ein paar Fragen bekommen, was er heute noch streamt neben Rocket League. Wir streamen heute nur Rocket League, aber ich kann euch sehr empfehlen. 3-0. Das ist ja unglaublich. Mirror Wing mit einem absoluten Blitzstart. Hier ist Team Sur überhaupt nicht bereit, aber auch seine Teamkollegen. Sie hatten noch kein bisschen Ballberührung. Mirror Wing schiesst Servet 13-0-Führung nach. 36 Sekunden. Jetzt Sur mal in der anderen Hälfte. vom Feld. Und sie geben voll das. Unglaublich. Das ist natürlich der absolute, grösstmöglichste Feilstart für Team Sur. Aber sie haben es ja gesagt. Aber Carol hat es ja gesagt. 3-10 ist die Chance, dass sie hier etwas reissen können. Juju! Da ist er! Mit einem Anschlusstreffer. Das wird der Moral gut tun. Wunderschönen Weitschuss. Von Zinderst du ihn mit der Nase töpfen. Und genau auf die Mitte des Goals. Hinten dran kommen die Sparte. Ich glaube, es war das Hello, wo die Sparte kam und ihn nicht blocken konnte. Wir haben noch ein paar Fragen. Sonst noch? Ja, Karriere, E-Sport. Das kommt natürlich auf das Gain drauf an. Aber das kommt auch darauf an, wie viel Zeit man hat. Wie fit man ist. Wie viel man trainiert. Man sagt... Ehrlich gesagt, dass natürlich die Aufmerksamkeit, die Reaktionszeit etc. abnimmt. 3-2! Juju! Das ist ein Privatduell zwischen Mirroring und Juju. Wie sie hier Goal um Goal schiessen. Also... Zum spitzesten Winkel kommt er noch eines rein und drückt ihn sauber. Einfach. Über die Linie. Serviette. Also... Jetzt... Nicht mehr ganz mit dem gleichen Rezept. Respektive Mirroring hat seine Produktion eingestellt. Zurück zum E-Sportler. Das ist extrem unterschiedlich. Aber eben... Es hat natürlich einen Einfluss, wie schnell man reagiert. Wie viel man trainiert. Und Aufmerksamkeit, spannende Reaktionszeiten. Extrem! 4-2! Der Safar mit dem 4-2. Serviette also mit einem weiteren Pölsterli. Wunderschön mit dem rechten Hinterrad drückt er über die Linie. Splash! Was für Teams das immer sind. Und den Swiss Guy gefragt. Das sind die Penalisten. Und die, die man vorhin sieht. Einblendet. Einblendet. Die aufgereihten. Das sind eben Teams. Team Serviette und Team Sir, die im Finale stehen. Das sind Spieler. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Egal welche Plattform ihr zuhause habt. Ihr könnt hier Rocket League spielen. Rocket League ist auf jeder Plattform spielbar. Fast jeder. Und wunderschöner Safe! Von Karo ist es glaube ich es gewesen. Wunderschön, wie er da rausgedruckt und über die Latte ausspielt. Rocket League ist wirklich auch online miteinander spielbar. Egal ob ihr PC, Wii, Playstation, Xbox habt. Könnt ihr auch auf Linux spielen oder Apple. Also wirklich ein extrem breites Spiel. Auf der Linie geklärt durch Serviette. Also Team Sir ist am weiteren Anschlusstreffer dran. Aber Serviette mag dagegen halten. 4 zu 2 Führung. Übrigens, für die, die sich fragen, was das 1 zu 0 in der Best-of-Series obendrauf bedeutet. Wir sind ja im ersten Spiel eigentlich. Das ist der sogenannte Game Advantage, weil sie erste waren. Man könnte sagen, das ist nicht ganz fair. Ist aber so in diesem Modus. Ist ja so in dieser Liga. Gibt nichts zu diskutieren. Serviette also wirklich mit dem Vorteil. Und bleiben mit dem 2 zu 0. Dann kann das wirklich ziemlich schnell gehen. Hier 1 Minute 20. Da kommt Karo an zu fliegen. Knapp dran vorbei. Das wäre es gewesen. Der Anschlusstreffer ist wichtig. Subfirm mit einem Schuss. Klärt vom RNC. Es geht hin und her. Und es kann auf alle Seiten. Okay, ein Spiel. Klärt. Letzte Sekunde. Karo, wunderbar mit dem Timing. Aber letzte Sekunde. Und das ist auch ein Safety vom Juju. Wunderschön. Man hat jetzt perfekt gesehen die Rotation. Vom Team haben wir gesehen. Nachgesetzt. Und dann. Gerade wieder vorne. Der nächste. Der andere geht hinten. Den Boost holen. Funktioniert. Und Karo und Juju probieren hier alles Mögliche. Hinterste hinten. Als Verteidiger. Hier wunderschön rausgefischt. Noch 30 Sekunden. Serviette also mit einem ziemlich grossen Fuss. Zum 2 zu 0. Dinnen. Und jetzt der Weitschuss. Kann er noch profitieren. Jawohl. Auf der Linie. Klärt. Der Safari. Auf der Linie. Das wäre. Die nächste Chance gewesen. Für das 3 zu 4. 10 Sekunden. Das sollte langen für Serviette. Das sollte langen. Ball am Boden. Da kommt auch Juju. Wo er probiert hoch zu halten. Ball am Boden. Fertig. 4 zu 2. Also 2 zu 0. In der Serie. Dank Game Advantage. Mit nachem Komfort auch. Was sie natürlich hatten. Ein Spiel. Und Serviette könnte zum 3. Mal. Meister sein. In Folge. Kann. Team Sir. Noch einmal Gas geben. Es ist schwer. Es sind internationale Spieler. Also der Safari. Vor allem. Wo da. Mitspielt. Und reisst. Aber. Ganz klar. Da sehen wir noch einen. Der Mann vom Spiel. Der Mirror Wing. Unglaublich. Zwei Goal. In zwei Schüsse. Auf das dritte Goal. Im dritten Schuss. Nachher der Juju. Mit einem Doppelpack. der seinen MEP Anspruch verdeutlicht hat. Das 4 zu 2 haben wir noch gesehen. Und da sehen wir. Das beste Team des Jahres. bei Serl. Verdient im Finale. Logischerweise. In dieser Pole Position. Sie haben es sich verdient. Und. Ein Spiel empfehlen. Dass sie die nächste Season gewinnen. Mehr ein paar Fragen bekommen. Die anderen Turniere und Streams. Respektive die anderen Spiele von dem Turnier. Könnt ihr. Auf Twitch schauen. 1-0. Entschuldigt. Der Mirror. Wing. Der ist bereit. Er ist bereit. Schon wieder mit dem 1-0. Nach wenigen Sekunden. Der RNC. Kommt da zu spät. Und ich glaube es ist er gar nicht da. Karak. Der da. Sein beste Guide. Auch noch von oben runter. Hat nicht geklappt. Aber. 1-0. Jetzt muss man einfach wach sein. Team Serl. Muss wach sein. Hallo. Da vorbei. Wenn du zurück zu den Streams. Die anderen Spiele alle. Kann man in den Streams von der Liga selbst anschauen. Bevor der Bank läuft auf der Linie. Ähm. Meistens Mandig. Abends auf Twitch. Aber auch auf der Homepage der TCS Liga. Rocket League. Liga und ähm. Dort sind ihr auch wunderbar auf Englisch. Beraten. Hat immer ein gutes Cast. Gute. Analysten. Analysten und. Meistens funktioniert das super gut. Und da könnt ihr dort auch alle Spiele schauen. Auch nachschauen natürlich. Wenn ihr mal keine Zeit habt. Da ist noch die Frage vom Lou. FIFA kommentiert habe ich genau. Das war im Sommer. Das war die WM gewesen. Von den. FIFA Spieler. FUT. FIFA Ultimate Team. In London. In der O2 Arena. Im Juli war das. Und das haben wir jetzt auch schon als SF Sport zum dritten Mal übertragen. Zum ersten Mal mit Kommentar. Stellt euch eine Frage auf YouTube. Wir haben noch drei Minuten. In der dritten. Spielzeit. In dem dritten. Leg. Eisernolst. Führt. Sevet Genf. Und steht kurz vor dem Meistertitel. Also Team Söhr muss nachher. Legen und. Wunderbar. Karak. Man sieht, er warte im Rückraum. Das ist eben eine von den wichtigen Taktikern. Er warte im Rückraum, dass sein Kollege den Ball irgendwie den Rückraum legt und er abstauben kann. Zerstörung. Ja, das ist ihre Spezialität. Das muss man sagen. Karak mit einem Mist. Den könnte er. Unter Umständen müsste er das aufs Goal bringen. Wunderbar. Durchgesetzt. Und das ist nicht der Ausgleich. Der Mirror auf der Linie. Latten Schuss. Zerstörung. Also jetzt wirklich Druck. Voller Druck aufs Goal. Team Söhr will das Goal. Karak mit. Mit dem Versuch. Karak ist dran vorbeigeflogen. Und. Der. Ja. Das ist das Goal. Da haben sie natürlich jetzt alles vorgerührt. Und das Goal verweisen lassen. Wunderbarer Pass vom Mirror. Und der. Hello. Mit dem. Wunderbar. Wunderbarer Goal zum 2 zu 0. Ja, jetzt wird es Ende. 2 Minuten 24. Team Söhr muss natürlich jetzt noch mehr auftun. Alles probieren. Vorher sind sie nahe gewesen. Juju mit einem. Try. Aber. Wieder. Sehr weg. Die stehen jetzt natürlich extrem, extrem tief. Die stehen hinten auf der Linie. Räumen alles weg, was zu fliegen kommt. Da kommen noch Zerstörungen inzwischen. Und. Ja, Team Söhr. Die sind jetzt wirklich, wirklich unter Druck. Klar. Für sie ist es schon ein riesiges Ding, dass sie im Finale stehen. Dass sie sich gegen Pichicolada durchgesetzt haben. Und aber auch gegen Frau Mindsanity. Also das sind wirklich zwei riesige Überraschungen gewesen. Wie die Schuss. Latte. Er will nicht rein. Immer einer auf der Linie. Immer einer am Abraumen. Also Servet natürlich taktisch. Wie sie das. Spielt. Danke, Lu. Für das Kompliment. Das ist sehr lieb. Genau. Der Mooba ist ja Weltmeister geworden. Hat den Vorjahressieger geschlagen. Von Luter Schnorren. 3-0 fast verpasst. Safare. Mitten. Ich spreche es aus. Entscheidung. Servet unglaublich abgeklärt. Unglaublich abgeklärt. Wie sie da im Finale auftreten. Warm werden. Wer braucht das schon? Ist so ihr Motto, glaube ich. Team Söhr trotz sehr stark. Sie probieren alles. Sie tun alles. Sie kämpfen und kämpfen. Aber. Man muss es eben wirklich sagen. Servet. Genf. Momentan in einer anderen Liga. Das hat man auch in der Saison selber gesehen. 9 Spiele sind gespielt worden. Servet hat alle gewonnen. Restlos. Aufputz. Geräumt. Ja. Es ist halt einfach so, dass sie das Team sind, das alle schlagen wollen. Und aber ihre Mühe haben. Damit Safare. Abstand der beste Schweizer Spieler. die natürlich im Kader aufräumt. Ja. So ist es. Sieg um Sieg um Sieg reihen sie. Aneinander. 9 Sieger. 380 Goal hat sie übrigens geschossen in der Liga schon. Das merkt man jetzt auch heute wieder. 3 Sekunden geht es noch. Bis zum Titel. Zum Meistertitel der Season 3. Und. Da ist es. 14. Wunderbar. Der Hello setzt sich da durch. Und Safare kann einfach noch abräumen. Wir haben noch eine Frage bevor das alles durch ist. Ich gebe mir Mühe das möglichst schnell zu beantworten. Team Sir. Ähm. Ja genau. Die Info haben sie mir leider nicht zugestellt. Von woher sie kommen. Tut mir leid. Parcells. Fussball Highlights. Ähm. Sind sicher die Deutschschweizer. Soviel ich weiss. Aber ähm. Wie kann ich dir leider jetzt auch nicht sagen. 10 Sekunden. Da ist der Countdown. Die Entscheidung ist gefallen. 7. 7. Kempf. Ist Rocket League. Meister. Von der Season 3. Der Juju noch mit dem. Ähm. Der Safari. Entschuldigung. Zaffare mit dem 5 zu 0. Das ist jetzt wirklich Demütigung. Am Schluss. Tut mir wahrscheinlich leid für das Team. Sir. Wo da wirklich eine unglaublich starke. 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 Saison. Zeigt hat. Wir sehen das Goal noch einmal. Heißt habe ich mir wirklich. Am Schluss noch. Das hat mir wirklich. Einen gedrückt. Nein im Fernsehen läuft das Spiel ganz. Das Ganze nicht. Aber ähm. Im HBTV könnt ihr sicher schauen. Ich kann natürlich ein absolutes Eich erzählen. Tut mir leid an dieser Stelle. Es geht weiter. Besser. Best of Seven, ich habe es natürlich nicht richtig gelesen. Ich bin natürlich auch nervös. Das erste Mal Rocket League verzeiht mir der absolute Foppa. Best of Seven ist natürlich absolut weg von Kasper. Oh nein, es sind natürlich nicht vier. Na gut, vier Seiten natürlich, aber ein bisschen sie verspielen. Sechs entsprechend. Mein Fehler, dummer Leidens. Entschuldigt. Der Foppa. Ich vermisse Aroly natürlich auch ein bisschen. Das merkt man auch fachlich. Er hat natürlich sehr, sehr viel Erfahrung, das merkt man. Und für mich ist es natürlich als Hobby Rocket League Spieler einfach Neuland. Team Sur, aber mit einem super Start hier. Mit einem fast Ehretreffen, kann man sagen. Der Foppa. Wo sie da Colt haben. Der JuJu. Der ist in Form. Aber Arnzett natürlich mit einem Goal. Einer, der wenig geschossen hat. Er ist eher der Defensivspieler. Und das merkt man rundher sehr oft ab. Aber natürlich auch so ein Spieler. Extrem fähig, unglaublich stark. Team Sur probiert. Früh früh anzugreifen. Probiert da. Das haben sie so gut gemacht in den ersten beiden Runden. Also Pinchicolada ist fast nicht zum Zug gekommen. Fast nicht zum Spielen gekommen. Das gleiche nachher auch mit Main Sanity. In diesem Spiel war es wirklich extrem. Zerstörungen. Früh stören. Blocken. Aggressives Pressing. Und da ist der Ausgleich. Wunderschönes Goal vom Hallow. Weil er den richtigen Goal bringt. Stark. Einfach stark. Servet also wieder im Spiel. Da sehen wir da. Mit der letzten Ecke vom Auto. Bringt er aufs Goal. Das haben wir natürlich auch gehört. Mit den verschiedenen Automarken. Oder respektive Autotypen, die es gibt. Das ist... Die haben natürlich auch Vor- und Nachteile. Es gibt eben grosse... Kärren, die man auswählen kann. Sich auch erarbeiten muss oder kaufen kann. Zum Beispiel der Lange. Die haben natürlich Ecke, die in so einem Moment den Ball noch irgendwie tüpfen könnte. Aber... Sie sind zum Teil weniger flexibel. Nein, Bunny. Ich kommentiere nicht im Fernseher. Ich mache es von eSports. Für das SRF Sport und... Das ist doch ein super Start. Jedenfalls danke an allen, die hier Fragen stellen. Auf YouTube könnt ihr da im Chat wirklich auch mitmachen. Und an eure Fragen stellen. Ich hoffe, ich kann alle beantworten. Unsere Experten Arroni leider schon. Früher musste er gehen, weil er selbst noch aktiv ist. An der Swisslan. In der Halle 3. Mit Bayern Expo. Zero Fest hat ihm gegangen. Ein Fest von verschiedenen Games. Das Fest von... Cosplays hat gezeigt werden. Alle drei also. Der Stand mit Rocket League. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Der hat im Hintergrund eine wunderbare Zerstörung. Das kann das Team so einfach... Haben es aber gegen Genf gegen Serviette bisher nicht so zu Stand gebracht. Das ist eigentlich ein Grund, wieso sie vielleicht ihre Taktik nicht durchziehen können bisher. Merci Barnino für deinen Kommentar. Hallo, da den Ball führer. Halt, probiert es zu klären. Chara probiert den Druck wieder früh vorne zu setzen. Wunderbar gemacht vom... Juju. In meinen Augen, trotz... Ziemlich klarer Sache im Finale. Der bisher beste Spieler vom Tag. Unglaublich viel Goal geschossen. Wenn es so weiter geht, wenn er vielleicht noch ein Goal liefern kann, dann ist das unbestrittener Spieler vom Tag. Auch wenn der Mirror Wing hier wirklich sack, sack stark auftritt. Vor allem noch der starke Spieler. Wutenschuss in der letzten Sekunde vom Caraclert. Auf der Linie wegkratzt. Wir haben noch eine Minute und das ist das Goal. Der Mirror Wing ist wieder mal da. Ist das? Unglaublich. Er schiesst da wirklich Goal und Goal. Wunderbar, wenn er nicht drückt ankommt. Sein Gegenspieler... Leider, leider, gerade eine Sekunde gespart. Ich glaube, das war Juju. Wo da letzte Sekunde noch probiert hinzukommen. Es hat nicht gelangt. Und so steht es 2 zu 1. Noch 55 Sekunden sind zu spielen. Und ja, man muss es sagen. Servet... Einfach stark unterwegs. Übrigens die Abstimmung auf Twitter hat eigentlich ein... Klar so total zugunsten Team Ser als Meister gegeben. Sieht leider für sie nicht so aus. Servet Genf. Wirklich ähm... Da mit einer Klasse Leistung. Und das sehen wir auch jetzt wieder das 3 zu 1 vom... Hallo wunderbar vom Safari weggelegt. Und den Hallo drückt dann irgendwie über die Linie. Und... Jetzt kann ich dich da gleich ansetzen mit dem Jubelschrei für Servet Genf. Wo da... Wirklich einfach stark... Stark auftritt. Aber ich möchte es wirklich noch einmal erwähnen. Es ist unglaublich toll, was Team Serdi abliefert. Wir haben den höchsten Treffen vom Mirroring. Also... Für Juju wird es eng um den MVP. Muss man sagen, der beste Spieler vom Turnier. Er hat natürlich tolle Leistungen gezeigt in den vorherigen Runden. Aber der Runde in dem Final, das ist... Definitiv unglaublich, was der Mirroring hier alles... ...auf den Rasen zaubert. Oder sagen wir in der Luft zaubert. 10 Sekunden. 4 zu 1 steht es. Die Entscheidung ist gefallen. Und auf der Linie geklärt. Und... Komisch, der Baldi am Boden ist klar... ...Servet gewinnt. Und ist zum dritten Mal in Folge Schweizer Meister. Und da jetzt der Jubel, den ich vorher vermisse. Schweizer Meister der Season 3... ...ist... ...Serienmeister... ...Serienmeister Servet Genf. Zum dritten Mal in Folge also... ...sind... ...Gemper. Das beste Team. Der Purzel hat natürlich da recht... ...wege dem zusammengewürfelt. Aber natürlich, die Teams haben meistens irgendwo eine Basis. Meistens sind sie von der gleichen Region mehr oder weniger. Aber du hast natürlich recht. Es ist ein zusammengewürfeltes Team. Danke, der es still nachgeliefert. Und wir sehen... ...Siegerteam und hört zu, was sie... ...zu erzählen... ...hände nach dem Triumph. Nach dem klaren Triumph muss man einfach sagen. Chapeau. Sie haben es... ...zurecht... ...gewonnen. Die ganze Saison. Keine Niederlage. Und das bleibt auch so. Dritten Mal. Back-to-back-to-back-Champions. Genau, absolut korrekt. I have the one and only Zafar... ...here with me. Zafar. Und wenn ich noch die Frage habe, was sie gewinnen... Does it ever get old? ...3'500 Franken ist 30 Geld. I mean, every new season is a new challenge. But it's... ...it's getting harder and harder. The Safari. The bestie Schweizer Rugged League-Spieler seit... ...es siegt jede Saison wieder eine Challenge. Und das werde ich härter und härter. Aber... ...this juggernaut... ...these behemoths... ...I can't go on... ...with the Super League-Spieler. How do you do it? I don't know. Like, we really trained hard for today. We tried to fix the rotation. We had some very good team plays. And it just worked out today. Very well. Well, it's certainly worked out. And I won't hold you back any longer. Please go grab your TCSC Sports League Season 3 trophy! Und das haben wir wirklich gesehen. Das hat sich gut gesagt. Das ist... ...der Meistertitel, der Pokal. Der dritte und... ...wir sehen's... ...duble Builder. Team Servette. Zum dritten Mal in Folge. Meister. Aber an dieser Stelle noch ein grosses Kompliment an Team Servo, wo... ...wirklich eine grosse Überraschung geschafft hat, dass sie so weit gekommen sind. ...und sie natürlich vom Preisgeld von 3'500 Franken, wo insgesamt, was vor und vorhin gesagt hat, gesagt, äh... ...haben sie natürlich einen grossen Anteil auch verdient, wo sie sich darüber freuen können. Servi, Kempf! Also... ...mit dem... ...Sieg mit dem Meistertitel. Und wir... ...doen noch einmal kurz zurückschauen, was alles... ...für Fragen reinkommen sind auch. Ähm... ...die letzten Fragen probiere ich noch zu beantworten. Das sind... ...der Burzl hat natürlich Fragen sehr, sehr, sehr spezifisch bezogen auf Turniere. Da habe ich dir leider nicht Bescheid gegeben. Ähm... ...aber ich bin mir sicher... ...auf Twitter, wenn du entsprechende Leute anschreibst, kannst du die Antworten über... ...dann sehen wir Preisgeld. Dritten Platz... ...für das Team... ...Main's R&D... ...hat es auch Geld gegeben... ...5... ...600 Franken sind es, glaube ich, es ist schnell gegangen. Zweiter Platz... ...1000 Franken für das Team, Sir. ...und... ...die Champions... ...die Champions... ...von Genf... ...kommen 1500 Franken... ...in die Kasse... ...über. Adiocho... ...das ist... ...Servet, wie du siehst... ... Champions... ...mit 3 Franken... ...also 600 Franken... ...1000 Franken... ...1500 Franken... ...geht ans Podest... ...und im Hintergrund... ...das Mascottchen von der Liga. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken... ...dass ihr dabei gewesen seid... ...am heutigen Finaltag der dritten Saison. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt es genossen, ihr habt es cool gefunden. Ich bin Steven Krugger und hoffe, euch schon bald bald wieder... ...können zu begrüssen, sei es bei FIFA, Rocket League... ...oder vielleicht auch bei anderen... ...Spielen... ...und äh... ...möcht mich noch einmal herzlich bedanken... ...bem Aroli, beim Aron Eckeberger... ...die den Anfang mit mir bestritten hat... ...als Experten... ...als Kokomentator... ...und... ...einfach, dass ihr es noch einmal wisst... ...die nächste Saison... ...die nächste Season... ...ist schon bald wieder vor der Türe... ...und dann ist auch der Aroli wieder in Aktion... ...e-Paradise... ...vieleines ist sein Team... ...neu aufgestiegen sind... ...Different E-Sport... ...und Team Pikachu... ...abgestiegen haben wir... ...Silent Gaming... ...und... ...EQX... ...an dieser Stelle... ...möchte ich noch einmal Danke sagen... ...so dass ihr dabei gewesen seid... ...und... ...mit den Bildern vom Tag... ...tue ich mich da verabschieden... ...geht doch vorbei... ...Bern Expo... ...als Hero Fest... ...schaut vorbei den Hallen 3... ...wenn... ...wenn es mehr wissen... ...die Rocket League... ...dann sind... ...ganz viele Spieler... ...und ganz viele Gamer... ...und vielleicht seht ihr auch... ...die neuen Meister von... ...Sovet Genf... ...und... ...könnt sicher auch mit denen... ...reden... ...und... ...tipps reinholen... ...wie man besser wird... ...und vielleicht... ...sehen wir euch ja... ...au schon gleich... ...bei Rocket League... ...die NCS... ...Rocket League... ...ahm spielen... ...an dieser Stelle noch einmal... ...dank fürs Zuhören... ...und... ...alles Gute... ...macht's gut... ...Tschüss zusammen... ...und... 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 ...und...